Hallo Mama. Hallo Kindchen, ich bin's. Alles, alles, alles Gute zum Geburtstag. Danke Mama. Wie wäre es, wenn ich dich nachher von der Arbeit abhole und beginne dick essen? Du, das ist total lieb von dir, aber weißt du, ich bin jetzt schon hundemüde und es ist eh blöd, ich muss heute noch länger arbeiten. Danach will ich sicher nur mehr ins Bett. Aber Kindchen, heute ist doch nicht irgendein Tag. Du musst doch auch mal an dich... Mama, ich feiere, wenn ich Lust habe. Ja, wir sehen uns dann morgen, okay? Du, nicht böse sein. Nein, 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 nein. Wir sehen uns morgen. Servus. Bussi, 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 Bussi. Hier haben wir nun einen Damenreisekoffer. Wie Sie ja wissen, werden hier nur Gepäckstücke versteigert, die mindestens drei Monate nach Verlust nicht abgeholt wurden. Ausrufungspreis 100 Euro. Wer bietet 105? 110 sehe ich da, 115, 120, 125, 125. 125, ein wunderschöner Damenreisekoffer. Hey. Ich habe es leider noch ein bisschen abgedauert. Nein, 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 nein. Was denn? Tut mir leid, dass ihr aber nicht kusst. Wir holen das mal nach. Schönen Abend. Schönen Abend. Super! Hast du da durchgeschossen? Ja. Du hast alles geheilt. Ja, auch geheilt. Ich glaube, jetzt kommt sie. Ich bin's nur. Lenni, was machst du hier? Tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass ihr... Aber ich kann ja morgen wiederkommen. Nein, nein, nein. Nein, komm rein. Christine. Christine. Hallo? Hallo, ich verzeih dir, dass du meinen Geburtstag vergessen hast. Aber dafür musst du heute Nacht was mit mir unternehmen. Ich habe überhaupt nicht vergessen, dass... Wo bist du? Ähm, ich bin gerade am Weg zu dir. Ich bin aber gar nicht zu Hause. Ach, tatsächlich. Das ist aber blöd. Lenni, ich bin heute ein Fall für dich. Im Büro war es so frustig. Also, ich will mich heute mit dir besaufen. Hast du Lust? Ja, ist eh keine schlechte Idee, ja. Wo treffen wir uns? Ähm, bei dir? Ich hole dich ab. Gut, bis später. Na? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 diese Versteigerung von liegen gebliebenen Koffern. Und diese Koffer kann man wirklich nur ungeöffnet ersteigern. Ich weiß also wirklich nicht, was da drin ist, aber es ist jedenfalls ein schöner Koffer. Also dachte ich mir... Total schön. Ja. Und wünsche dir ja von Herzen, dass dein Leben noch viele schöne Überraschungen für dich bereithält. Also... Oh, wie schön. Oh, der ist mir ganz schön spät. Entschuldige. Aber es ist vielleicht... Aufmachen, 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 aufmachen. Oh, oh, oh. Okay, meine Frau. Na? Oha. Also, Ladies, ich fürchte, ich muss euch enttäuschen, da sind keine Dollar drinnen. Dafür jede Menge Unterwäsche. Herr Kindchen, so ist das. Wir hoffen immer, dass das Leben einen wunderbrav uns bereithält und dann ist es wieder doch nur eine... banale Baumwollunterhose. Das war eine schöne Party. Ich hatte... Nur die Männerquote war ein bisschen mau. Nichts gegen dich, Lenny, aber dich habe ich schon als Kind nackt gesehen. Mann, der ist so süß. Man kann nicht endlich seine Nummer haben. Nein, geht nicht. Ich tue ihm ja nicht weh. Nein, du, ich kann das nicht machen wirklich. Ich habe das einmal gemacht, aber drei Wochen ist auch auf mich. Bitte. Schau, ich kann ihn ja fragen, ob er deine Nummer haben will, okay? Okay, versprochen. Ja, verspricht. Okay, ciao. Gute Nacht. Danke für die Party. Komm, gut rein. Bring schon den Müll weg. Ja, klar. Also das war wunderschön, weil es auch so spontan war. Hat es dir aufgefallen? Ja, klar. Ja, cool. Ja, dann. Sag mal, fährt einer von euch noch in die Stadt? Also die letzte O-Bahn, Gerte, die geht in zehn Minuten. Du solltest dich jetzt sputen. Ja, natürlich. Ich muss los. Guten Nacht, ihr zwei. Ich kann dich doch mitnehmen. Das ist nicht nötig. Aber ich fahre bei dir zu Hause vorbei. Naja, also so ein kleiner Absacker wäre aber schon noch nett, oder? Genau. Ihr beide könnt dann auch einen trinken gehen. Ich bin eine alte Frau, ich muss ins Bett. Ja, ich muss auch ins Bett. Ich muss morgen echt früh raus, aber ein andermal sehr gern. Ja? Alles klar. Alles klar. Ciao. Gute Nacht, mein Schatz Bisschen, Arschloch Connecten Was denn? Das Mädel steht auf dich, das ist doch wohl nicht zu übersehen Meinst du? Du warst ja wirklich noch nie der Geschichtneste bei Frauen Alma, Alma ist wirklich ein absolut heißer Feger, der nur darum bettelt, ins Bett gebracht zu werden Was tust du? Du nimmst mich mit Er hofft dir noch nicht zu viel Niemand und nichts Nicht das Mondlicht im Regen, das fest mit den Sternen Weder der Mantel des Meeres, noch der hellste Atem der Wälder Niemand und nichts hat Licht wie du Niemals der jemals den Himmel durchschritt über mir Sto die Zeit in den Tälern, nicht die Lieder der Frauen Niemand und nichts hat Licht wie du Keine andere in dieser Welt, in deren Augen ich lieber schaue Was ist denn jetzt los? Der Nähe ich mir wünsche, deren Pärmilch soll es nicht Deren Abwesenheit ich schweige nicht Ich bin so ein bisschen Leopold Moser. Michaela Schwarz. Ich bin bitte bei dir, Frau Lennon. Ich komme sofort nach. Hey. Hey. Wir könnten unseren verpatzten Abend nachholen. Die Gabi ist mit dem Buben zu den Großeltern gefahren. Ja, toll. Schön. Reservieren sie am Tisch. Gut. Ich frage mich. Ich auch. Bis später. Hallo. Jenny? Super, dass du so schnell kommen hast können. Du pass auf. Du hast mir das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht, das ich jemals gekriegt habe. Ich danke dir. Echt. Super. Komm. Was magst du denn trinken? Komm sei mein Halt und mein Abgrund. Komm sei mein was und mein wie. Wenn du bleibst, frage ich nie wieder wen nach der Zeit. Du wirst mein immer und nie. Mein Durst. Ganz genau wie mein Brunnen. Mein wohin und zugleich und woher. Pass auf, jetzt kommt's. Wenn du gehst, schließ mein Herz gut hinter dir ab. Denn nach dir kommt bestimmt keine mehr. Das sind die schönsten und traurigsten Liebeserklärungen, die ich je gelesen habe. Ja. Findest du das nicht ein bisschen schmalzig? Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber jetzt versuch dir das einmal vorzustellen. Da schreibt ein Typ jahrelang, wirklich über einen langen Zeitraum, schon überall das Datum. Schauen wir uns mal an. Richtig lange Zeit, unerfüllte Liebesgedichte. Und sie, ja, die hat das wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Oder vielleicht wollte sie es auch nicht mitkriegen. Keine Ahnung. Vielleicht hat er ihr ja die Gedichte nie gegeben. Wie kommen sie denn in den Koffer? Vielleicht hat er ja alle gemeinsam gegeben, dann. Ich glaube, ich musste ja... Wie auch immer, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie die Frau heißt. Michaela Schwarz. Nein. Doch, ich habe eine Kreditkartenabrechnung gefunden. Und da hat sie unterschrieben, schau mal. Michaela Schwarz. Ach. Aber wer sagt überhaupt, dass die Gedichte für sie sind? Hm? Für wen soll es denn sonst sein? Es waren ja in jedem Koffer. Ah, einen Brief habe ich übrigens auch gefunden. Schau. Ich glaube, so wir können den aufmachen. Nein. Das kann man nicht oder das macht man nicht. Nein. Der war in deinem Koffer? Ja. Ja, das sage ich doch. Du Lenny, ist alles okay mit dir? Ist irgendwas los? Du wirkst irgendwie so... Dann ist alles okay. Ja, sicher? Ja, klar. Alles gut. Also, pass auf. Was mir gestern passiert ist. Ich habe diese Texte gelesen und dann sind mir die Tränen gekommen. Ey, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Mich hat das so berührt. Ich habe mir dann versucht vorzustellen, ich wäre diese Frau. Und dann kriege ich das über die ganze Zeit nicht mit. Und dann verliere ich auch noch diese Texte. Das ist schrecklich. Warum suche ich mir immer die Arschlöcher aus? Echt. Obwohl, wenn man es genau nimmt, ist ja kein Arschloch, sondern einfach verheiratet. Und ich bin das Arschloch. Aber nein. Ja komm, was habe ich mir vorgestellt? Irgendwas wirst du schon mit dem Kunden haben. Das Sex war Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn. Jetzt mal ganz ehrlich, Lenni. Von all den Frauen, mit denen du jemals geschlafen hast. Wie viele sind dir da so unvergesslich? Also, ich meine jetzt emotional unvergesslich. Weißt du, wo der Sex so eine ganz starke Energie hat. Wo man fast verschmilzt. Es sind drei, wenn es hochkommt. Wenn überhaupt. Das ist nicht viel. Ja. Ja, der Werner war so einer davon. Das kann ich zu leichter loslassen. Das kannst du mir glauben. Das glaube ich dir, ja. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Echt. Ich bin so froh. Das ist so irre. Ich kann mit dir wirklich über alles reden. Ich glaube, ich kann mit keiner Freundin so gut reden. Weißt du was? Du bist meine beste Freundin. Wirklich. Ich wünsche jeder meiner Freundinnen so eine Freundin mit dich. Ich meine es nicht blöd. Ich meine es als Kompliment. Ach so. Ja. Dann vielen herzlichen Dank. Weißt du was? Ich werde diese Frau suchen und werde die Gedichte zurückgeben. Christine, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Kannst du heute bei mir schlafen? Ich glaube, ich packe das heute nicht alleine. Nein. Nein. Bitte. Nein, besser nicht. Heute ist nicht gut. Bitte, Lani. Bitte, bitte, bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Seelen-Schwester. Leck dich. Schlaf gut. Du auch. Und danke, dass du da bleibst. Bitte, schau dir das an. Allein in Wien gibt es 112 Michaela Schwarz. Na komm. Vergiss es. Außerdem, wer sagt, dass die überhaupt in Österreich lebt? Muss da einen Grund geben, dass die ihren Koffer nicht abgeholt hat? Ach, an dem Koffer war keine Banderole mehr dran. Also wir hätten den gar nicht finden können. Also ich kann das schon verstehen. Wenn mir jemand solche Gedichte schenkt, möchte ich die auch wieder haben. Ach. Na ja schon, klar. Von 80 Millionen transportierten Koffern gehen jährlich ca. 200.000 verloren? Oh, kleiner Experte spricht das hier. Wie auch immer, es gibt ja auch noch diese Kreditkartenabrechnung. Also irgendwie muss es ja möglich sein, dass man herausfindet, wo diese Frau wohnt. Sag mal, hast du schon mal was von Bankgeheimnis gehört? Das ist eine super Idee. Danke, Lenny. Morgen. Ich dachte, wir gehen frühstücken. Morgen, sorry. Und die waren alle in dem Koffer? Ja. Wieso kennt mich nicht solche Männer? Tu keine Sorge, keine von uns kennt die. Aber genau deswegen möchte ich ja der Frau, die so einen Typen kennt, diese Gedichte zurückgeben. Ja. Ja. Was ist das? Das ist ein Kreditkartenbeleg. Und den habe ich da auch in dem Koffer gefunden. Michaela Schwarz. Na, das wird schwierig. Da gibt es sicher Tausende mit so einem Namen. Ja, genau, genau, genau. Ja, genau. Deswegen bin ich da. Komm, Alma, für dich ist das wirklich ein Kinderspiel. Schau mal, du gibst den Namen ein und schon macht's blind. Und schon macht's Peng. Das ist verboten. Hast du schon mal was von Bankgeheimnis gehört? Ich brauche nur diese eine Adresse. Eine Adresse. Das ist ja eine gute Sache. Nein. Ich habe dir einmal was gecheckt und ich habe richtig Ärger bekommen. Aber das war doch geschäftlich. Das ist jetzt privat. Okay, pass auf, ich schlage dir einen Deal vor, ja? Ich bin nicht georglich. Das weiß ich, ist mir schon klar. Ich gebe dir nur einfach, sagen wir mal, eine kleine Entscheidungshilfe. Ach so. Ja. Also, ich mache ein Abendessen. Ich bin auf Diät. Das sind wir alle andauernd. Kleines, feines Abendessen. Bei mir. Ganz intim. Nur du und ich. Und der Lenny. Schau mal, ich weiß gar nicht, was du hast. Sie ist fesch. Sie hat Humor. Für ihr Alter ist sie gar nicht so frustriert wie alle anderen. Das ist nur einmal geschieden. Hat keine Kinder, für die du den Ersatzpapa spielen musst. Das ist heutzutage fast wie ein Sechser im Lotto. Ich spiele aber nicht Lotto. Freutest du aber. Schau mal, du hast auch ein bisschen Glück verdient in deinem Leben, oder? Danke. Du, die steht total auf dich. Jetzt gib ihr doch eine Chance. Wer weiß, was daraus wird. Was willst du? Willst du ewig alleine bleiben? Das machst du auch, oder? Ja, aber nicht freiwillig. Und im Gegensatz zu Alma bin ich wirklich frustriert. Stimmt. Und Humor hast du auch keiner. Komm, bitte triff dich mit ihr. Versprich mir das. Will durch dein Leben reisen und deine Sorgen tragen. Will kitschig Verse formen und den Hunger nach dir in einem Meer von Träumen stillen. Will in meinem Leben ein Ende bereiten, um für dich ein neues zu beginnen. Ich meine, das ist so eine Verschwendung. Die hätten 20 tolle glückliche Jahre haben können. Also wenn sie das früher gewusst hätte, ja, dann hätte er... Wären sie vielleicht seit 10 Jahren geschieden. Kann genauso sein, das kann man nicht wissen. Naja, aber entschuldige, welche Frau schmilzt bei solchen Texten nicht dahin? Ja, schon, aber... Können wir jetzt bitte über was anderes reden, auch noch? Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Typischen Mann. Was denn? Ist mir halt so intim. Ich fühle mich, als würde ich in der Dreckwäsche von anderen Leuten wühlen. Du hast mir den Koffer geschenkt. Ja. Und weißt du was? Hm? Ich bereue es auch schon. Hm. 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 Und die Christine und du, ihr kennt euch schon seit der Schulzeit, oder wie? Eigentlich sogar schon länger. Die Gerti, also die haben wir von der Christine und meiner Eltern, waren immer sehr gut befreundet. Und die Christine ist jedes Jahr mit uns auf Urlaub, vor allem nach Italien. Grado. Und die Villa Bianchi, da waren wir fünf ungefähr. Und seitdem sind wir unzertrennlich. Wie Bruder und Schwester. Eher wie Schwester und Schwester. Mhm. Du bist echt lustig. Ich weiß. Ciao. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, ciao. Ciao. Bitte lasse ich nicht mit dem Auto helfen. Nein, ich passe auch ein wenig. Keine Sorge. Hast du nicht noch was für mich? Ach so, ja. Du, das ist aber gar nicht so leicht. Also, die Adresse ist glaube ich alt, aber was anderes habe ich nicht gefunden. Super, danke dir. Viel Glück damit. Dir auch. Ja. Ciao. Amiga. Amiga. Gute Nacht. 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 So, legt das an mir? Ich hab mir zu viel, Altwein. Sorry. Das passt schon. Schlaf mal einfach. Hey, Lenny. Hi. Hi. Na, hast du kurz Zeit? Wofür? Komm, steck ein. Na, wie war's? Ähm, super. Wir haben gestern noch geheiratet. Heute werden wir Kinder zeugen und morgen fangen wir an, das Haus zu bauen. Aha. So, warte. Schau mal. Ich würde gern hinfahren. Wo hast du die? Ja. Hast du noch nie was vom Bankgeheimnis gehört? Schlaf? Hast du die zufällig von der Alma? Nein. Nein. Lenny, echt. Nichts. Du, ich hab auch meine Kontakte. Christine. Du verrennst dich da in was, glaub ich. Wer sagt, dass die Frau das überhaupt will? Vielleicht ist sie ja froh, dass der Koffer weg ist. Ja, vielleicht aber auch nicht. Und das werde ich erst erfahren, wenn ich sie selber fragen kann, oder? Und um wen geht's da dabei? Um dich oder um die Frau? Ich glaube einfach, dass es kein Zufall ist, dass ich den Koffer gekriegt habe. Doch. Nein. Doch. Christine, es ist Zufall. Ich hätte genauso gut jeden anderen Koffer erstreckt. Hast du aber nicht? Ja. Also, was ist jetzt? Kommst du mit oder kommst du nicht mit? Schau mal, immerhin bist du ja sowas wie der Urheber dieser ganzen Sache. Ich bin der Urheber? Ja. Jetzt bin ich schuld, oder was? Entschuldigung. Jetzt bin ich... Klar. Ja, klar. Du bist doch nur zu feig, allein da hinzugehen. Also, entschuldige, aber das ist absoluter Schwachsinn. Ach, das ist ein Schwachsinn? Ich hab dich zu deinem ersten Schultag begleiten müssen. Ich hab dich zu deiner Maturaprüfung begleitet, zu deiner Führerscheinprüfung, zu deiner Knie-OP und ich begleite dich seit 15 Jahren zum Zahnarzt, weil du dir ins Hemd machst. Wenn du das als Belastung empfindest. Das ist keine Belastung. Nein, du, da brauchst du's nur zu sagen, dann ruf ich dich einfach nicht mehr an, verstehst du? Das ist keine Belastung, weil zum Zahnarzt muss man gehen, aber da muss man nicht hin. Doch, muss man. Weißt du was? Du bist ein Feigling. Und du bist eine sture Ziege. Sture Ziege? Ey, was soll der Scheiß? Ey, das heißt sturer Hund, du blöder Hund. Ja, nicht sture Ziege. Ja, weißt du, das konntest du immer schon gut. Weißt du was? Du kannst mich malen. Ja, auf Nebensächlichkeiten herumreiten und von... Ja, du leck mich am Arsch! Ja, du mich auch! Ja, du mich... Ah, okay. Gibt's da vielleicht auch noch eine andere? Sie meinen wahrscheinlich meine Schwiegertochter. Wir sind im Garten. Wir haben schon sehr lange auf Sie gewartet. Helmut? Helmut! Die Sängerin ist da! Sie, wie bitte, die was? Die Sängerin? Darf ich mir das erste Lied wünschen? Oh, entschuldigen Sie, das ist ein Missverständnis. Ich bin nicht die Sängerin, also ich kann gar nicht singen, also gar nicht. So wem wollen Sie denn? Ich komm ungelegentlich. Nein, nein, nein. Passt schon, kein Problem. Bleiben Sie. Ich komm ein anderes Mal wieder. Wollen Sie was trinken mit uns? Das ist sehr nett, aber... Was können wir für Sie tun? Eigentlich suche ich die Frau Schwarz. Sabine? Seit heute bin ich Frau Schwarz. Ja, gratuliere Ihnen. Sabine, ich suche aber eigentlich die Michaela Schwarz. Ich würde nämlich wahnsinnig gern Ihren Koffer zurückgeben. Herr Schwarz? Entschuldigung? Hab ich jetzt eben... Entschuldigung? Hab ich jetzt eben... Hey. Na, wieder nüchtern? Es geht so. Du, ich hab nachgedacht. Und ich glaub dir die Geschichte nicht, dass du Christins Schwester bist. Erwischt. Ich glaub, du bist ein Mann. Na ja. Und es gibt einen ganz einfachen Test. Wenn du errätst, was ich drunter anhabe und mich trotzdem in die Wohnung lässt, dann bist du ein Mann. Ja. Wenig Stoff? Ja. Ja. Michaela war eine erfolgreiche Augenärztin. War sehr viel unterwegs und von einem Kongress zum nächsten. Und vor zwei Jahren ist sie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Um Gottes Willen. Für meinen Sohn und für die Kinder war das ein unfassbarer Schock. Ja, natürlich. Die beiden haben über 15 Jahre eine glückliche Ehe geführt. Helmut liebte seine Frau über alles. Und er konnte ihren Tod nicht überwinden. Er hat erst wieder Hoffnung geschöpft, als Sabine in sein Leben trat. Und jetzt, genau an dem Tag, an dem er ein neues Leben beginnen will, stehen Sie plötzlich da und bringen Michael aus dem Koffer. So, Leute. Ich hab das nicht wissen können. Natürlich. Konnten Sie wirklich nicht. Es tut mir leid. Na gut. Ich glaube, ich geh jetzt besser. Das sollten Sie noch wissen, in dem Koffer. Gar nicht sein. Egal was es ist, es ist vorbei. Die einzige Chance für meinen Sohn ist, die Vergangenheit in Ruhe zu lassen. Ja, aber... Bitte, bitte. Nehmen Sie ihn wieder mit. Es ist besser so. Gut. Auf Wiederschauen. Es tut... Ja. Magst du mir verraten, worauf du stehst? Liebe. Na, das kriegen wir auch noch hin. Entschuldige. Hi. Sie ist tot. Was? Sie tut es, sie. Ja. Du hast wieder mal recht gehabt, so wie du eigentlich immer recht hast. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich hätte da nie im Leben hinfahren dürfen. Wirklich. Ich... 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 Es ist super, dass du da bist. Hi. Hi. Ja, passt schon. Wir hängen eh nur ab. Gut. Also... Was ist denn passiert? Ich sag's dir, das war so schrecklich. Ich bin zu der Adresse gefahren, ne? Der Mann hat wieder geheiratet. Ich mein, stell dir das einmal vor. Das ist doch völlig absurd. Gerade heute. Was für ein Mann? Der Mann von der Michaela Schwarz. Die ist übrigens vor zwei Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die ist tot. Das ist ja schrecklich. Ich bin da rein mit dem Koffer und allem. Du, ich sagte... Erst haben die geglaubt, ich bin die Sängerin. Das war so peinlich. Hast du was von den Gedichten erzählt? Nein, hab ich nicht. Der hat aber auch nicht gefragt. Ah gut, der ist auch sofort heulend zusammengebrochen. Du, vielleicht sind die Gedichte von jemand anderem. Wie kommst du auf das? Naja, das sind ja nicht unbedingt die Gedichte von einem Ehemann, oder? Sondern mehr von einem Liebhaber. Ja, das kann schon sein. Ja, du musst jetzt weitersuchen. Aber jetzt lass das doch einmal gut sein. Nein, ich kann nicht weitersuchen. Das geht nicht. Das war die Hölle dort, glaub mir das. Ich bin zu enttrockn. Dann schmeiß den Koffer weg. Hab ich schon. Sorry. Ich glaub, ich geh jetzt besser. Mhm. Wir können ja morgen weiterreden, oder? Ja. Mhm. Tschüss. So. Viel Spaß, ne? Mhm. Entschuldige. Punkt 5. Erreichbarkeit sicherstellen. Punkt 5. Oh, sorry. Entschuldigung. Mit einer netzwerkbasierten Sprach- und Datenlösung erreicht Ihr Kunde gleich beim ersten Anruf den richtigen Mitarbeiter. Kommen wir zu Punkt 6. Auch nicht unwichtig. Mitarbeiterzufriedenheit. Was ist los mit dir? Nichts. Ich hab sehr schlecht geschlafen. Entschuldige, aber du bist so unkonzentriert. Das Referat hab ich auch noch immer nicht. Bei allem Verständnis, aber... Es ist grad nicht so leicht, okay? Ist irgendwas? Ist es wegen uns? Nein. Sicher? Ja, sicher. Ich will einfach nicht, dass da irgendwas zwischen uns komisch ist. Schau mal, wir haben wirklich eine nette Zeit gehabt miteinander. Also nett. Ich hab's mehr als genossen, glaub mir das. Aber deine Frau wird das niemals für mich verlassen. Und das brauchst du auch nicht. Von den Blutwerten hier ist alles in Ordnung. Burnout? Alter, das kann ich echt nicht mehr hören. Egal was ist, heutzutage hat jeder gleich ein Burnout. Früher waren die Leute einfach überarbeitet, aber jetzt hat jeder zweite Bademeister, der zu angestrengt auf Wasser geguckt hat, gleich ein Burnout. Weißt du, was der sinnloseste Beruf der Welt ist? Deiner? Fast. Bademeister am Toten Meer. Guido, ich bin eigentlich hier, um deine fachliche Meinung zu hören und keine blöden Witze. Wo ist denn da der Unterschied? Okay. Pass auf. Körperlich bist du gesund. Ja, was ist es dann? Na ja, wenn du mich fragst, findet dein Problem nicht da unten statt, sondern da oben. Das kann nicht sein, die ist fesch, humorvoll und für ihr Alter gar nicht so frustriert wie alle anderen. Das ist heutzutage schon Lotto-Sechser. Ja, ist das auch deine Meinung? Wieso auch? Na ja, das klingt wie eine schlechte Kontaktanzeige. Waschlappen sucht ein schmicksames Stück Seife. Du bist ein ziemlicher Arsch. Ich ziehe einen ehrlichen Arsch und einem falschen Gesicht vor. Stimmt. Und? Wie geht's denn Christine? Wir sehen uns nicht mehr so oft. Alte Freundschaften wären auch überbewertet. Alles klar. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Na ja. Ich würde vorschlagen, du gehst jetzt mal nach Hause, holst in aller Ruhe einen runter und denkst mal darüber nach. Du bist ein guter Arzt. Hey. Ich will das nicht mehr. Echt, ich will keine halben Sachen mehr. Das ist doch scheiße, immer irgendeine Affäre mit dem Chef oder mit einem Kollegen. Ich mach das doch nur, weil ich Angst habe, allein alt zu werden. Ich will nicht irgendjemanden heiraten oder mit irgendwem zusammen sein. Dann lieber gar nicht. Keine halben Sachen. Ich will nicht mehr machen. Wow. Kannst mich dann beim Wort nehmen. Nimm deinen Verein noch Mitglieder auf. Wieso? Du bist doch gerade so verliebt. Wir arbeiten dran. »Hm«. 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 »Duc Jack« »Hm«. »Kah« »Kah« Musik Musik essen können. Ganz unverbindlich. Hey, ah, sorry. Ah, Nina. Hallo. Da dein Referat. Ablaufplan kommt morgen. Ich habe übrigens zwei neue Kunden gecheckt. Da kommen dann morgen zwei Vertreter vorbei. Das steht aber schon alles in deinem Terminkalender. Falls du was brauchst, einfach melden. Ciao. Mama? Was machst du da? Das ist so herzzerreißend. Du sagst mir, wer hat dir diese wunderschönen Gedichte geschrieben? Sie sind nicht für mich. Ach, nicht? Nein, die waren in dem Koffer, die mit der Lenni zum Geburtstag geschenkt hat. Weißt schon. Magst du auch ein Bier? Ja. Was gäbe ich darum, wenn wenigstens einer meiner zahlreichen Männer mir nur ein Gedicht geschrieben hätte? Hat aber keiner. Danke. Was hast du jetzt damit vor? Weiß ich nicht. Da ist schon so eine blöde Geschichte losgetreten. Erzähl, ich habe Zeit. Ja, das habe ich befürchtet. Das ist eine traurige Geschichte. Wieso erzählst du mir die erst jetzt? Weil ich ganz genau weiß, wie du reagierst. Aber du kannst doch die ganzen schönen Gedichte jetzt nicht einfach irgendwo in der untersten Schublade verschwinden lassen und zu tun, als wäre nichts gewesen. Doch, kann ich. Es ist einfach besser so. Kindchen, irgendwo da draußen schreibt ein unbekannter Mann solche Texte. Aber die Frau, die er verehrt hat, ist tot. Ich meine, jetzt muss sich doch irgendjemand um den armen Mann kümmern. Völlig selbstlos natürlich. Natürlich. Mama, bitte. Da liegt dir ein Juwel zu Füßen und du hebst ihn nicht auf. Mir liegt überhaupt nichts zu Füßen. Ich kenne den ja überhaupt nicht. Und nach den letzten Erfahrungen, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch nicht scharf drauf, den kennenzulernen. Und warum hast du das ganze Zeug dann aufgehoben? Und nicht mitsamt dem Koffer versenkt? Weil... Eben. Ich verstehe das Ganze sowieso nicht. Mir ist das zu hoch. Wie kann diese Frau, Gott hab sie selig, einen Mann nicht erhören, der ihr solche Liebeserklärungen schreibt? Ich würde für so jemanden alles stehen und liegen lassen. Vielleicht hat sie ihn ja eh erhöht. Wie meinst du das? Ja, komm, ich zeig dir was. Der Brief ist von ihr? Du hast ihn nicht aufgemacht? Nein. Und du wirst ihn auch nicht aufmachen. Ich mach den jetzt auf. Wenn du zu feiger bist, ich bin sicher nicht. So was macht man nicht. Das macht man nicht. Nein, das macht man nicht. Wer bitte hat dich so erzogen? Ich war sicher nicht. Okay, pass auf. Mir reicht's. Schau, mir geht's wirklich gut. Es gibt... Du hast die Adresse von einem Mann, der solche Sachen schreibt. Aber du willst ihn nicht kennen. Nein, nein. Das ist kein Wunder, dass du noch solo bist. Du bist doch auch solo. Ja, weil's mit mir keiner aushält. Ja, und ich bin deine Tochter. Nein. Du bist einfach nur zu blöd, den richtigen Plan zu lernen. Ciao! Wer ist da hin? Mama, das ist meine Sache. Willst du so Enten wie deine Mutter? Weißt du, wann ich das letzte Mal Sex hatte? Du, ich will das gar nicht wissen. Und ich glaub, alle anderen hier auch nicht. Okay? Schon gut, schon gut. Kann mich sowieso nicht dran erinnern. Ciao. Ciao. Ciao! Jo- Danke übrigens. Klar. Ah ja, und wir müssen in den 13. Bezirk, das ist auch auf Straße 70 oder 75. Aha. Aber der Zahnarzt war immer in der Siebensterngasse. Ah ja, das hab ich dir noch gar nicht gesagt. Nein, wir fahren nicht zum Zahnarzt, sondern zum Augenarzt. Sag mal, hab ich dir mein Handy gegeben? Nein. Wo ist das da? Keine Ahnung. Macht mich wahnsinnig die Tasche. Hast du jetzt schon Angst vor dem Augenarzt, oder? Nein. Aber hey, blind werden ist auch nicht lustig. Du wirst blind? Nein, ich werd nicht blind. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt sicher Leute, die vor dem Augenarzt Angst haben. Ja, genauso wie ich vor dem Zahnarzt. Du, du musst es nicht immer alles gleich so abwerten. Was werte ich denn ab? Machst du doch. Nein, nein, nein. Jetzt gerade. Entschuldige. Und? Was hast du für ein Problem? Ja, ich brauch eine Lesebrille. Das ist eine Katastrophe, eine Lesebrille. Und ich hab mein Blaulicht nicht mit. Dass es nicht lustig ist. Nein, es ist nicht lustig. Nein. Nein, nicht lustig. Sag, was ist mit dir? Nichts. Die Lesebrille tut echt nicht weh. Ja, eh nicht. Also, am Anfang drückt es ein bisschen auf der Nase, wie das schon kürzt. Ja, komm Nelly, ich hab's schon kapiert. Du hast eh zugesperrt, gell? Ja. Okay. Schöner Ruf. Dr. Marath, das ist er, oder? Dr. Marath. Du hast aber schon einen Termin, oder? Ja, also... Ja, na ja, ist ja jetzt direkt Termin. Hallo. Guten Tag. Du kannst ja da warten, ich gebe mal Bescheid, dass ich da bin, okay? Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich... Ich hab eine Frage. Ich möchte eigentlich einen Termin beim Herrn Doktor Moser. Der Herr Doktor Moser? Der ordiniert schon seit zwei Jahren nicht mehr hier. Aha. Ja, ich hab ja vorher für ihn gearbeitet, bevor der Herr Doktor Marath die Praxis übernommen hat. Er hat ja die Praxis für uns alle völlig überraschend verkauft. Zu einem Spottpreis unter uns gesagt. Aber das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Und... Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo ich ihn finden könnte? Worum geht es denn? Das... Das ist eher privat, also da möchte ich nicht so gerne... Er ist ausgestiegen. Komplett. Er praktiziert nicht mehr. So viel ich weiß, hat er die alte Papiermühle seiner Eltern übernommen. Irgendwo in Niederösterreich. Bei Weitra. Weitra? Entschuldigung. Dankeschön. Was soll das? Jetzt schleppst du mich daher wegen einer depperten Lesebrille? Hast du dich beruhigt? Du hast mir gesagt, du hast den Koffer in die Donau geschmissen. Ja, hab ich. Hab ich eh gemacht. Und? Dankeschön. Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Aber wann hörst du endlich auf damit? Ist es so schwer zu verstehen, dass ich dem Mann seinen Brief zurückgeben möchte? Nein, aber es ist schwer zu verstehen, warum du ihn nicht einfach ins Postkastl schmeißt, wie jeder andere auch. Es gibt Leute, die liefern die hauptberuflich aus. Ja, und so hast du vielleicht mitgekriegt, dass der gar nicht mehr da wohnt. Wenn ich ihn mit der Post geschickt hätte, hätte er den Brief nicht bekommen. Ja, und? Was geht dich das an? Warum willst du diesen Typen unbedingt hin? Weil ich... Ich... Was? Vielleicht ist das ja der Typ, der die Gedichte geschrieben hat. Und... Was und? Schau mal, ich denk mir, vielleicht ist das der Mann, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Das könnte doch sein, oder? Was denn? Lenny? Lenny, sag mal, spinnst du jetzt, oder was? Das glaub ich nicht, was ist denn los? Ja! 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 Hä? Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh! Oh, wow. 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 Ich bin hier einfach nur Squash, ja? Das ist keine Psychotherapie. Ja, du vielleicht. Wie, du nicht oder was? Diesmal so. Therapiestunde kostet locker 150 Euro. Eine Stunde Squash grad mal 15. Und du Idiot, zahlst sogar noch die Hälfte dazu. Stimmt eigentlich. So hab ich das noch nie gesehen. Was ist jetzt? Wollen wir spielen oder willst drüber reden? Ey. Pass mal auf, Alter. Okay. Okay. Ja. Okay. 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 Wie ähnlich. Wir sind auf einem guten Weg. Auf die Chinesen. Was? Na ja, wegen dem Papier, meine ich. Weil sie es erfunden haben. Auf die Chinesen. Prost. Irre. Was auf Papier so alles schon geschrieben worden ist. Das Papier speichert Gedanken. Also natürlich nicht nur die Gedanken, sondern auch die Gefühle, die dahinter stehen. hinter den Gedanken. Angst und Hoffnung. Der ganze Schmerz. Und die Liebe. Also ich stell mir vor, wenn ich mit so einem wunderschönen Papier arbeite, dann möchte ich auch meine schönen Gedanken draufschreiben. Wirklich. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich zum Beispiel habe die Liebe fürs Leben noch nicht gefunden. Ah ja. Sitzt die Enttäuschung so tief? Ich glaube, bei mir liegt das in den Genen. In den Genen? Ja, meine Mutter, die hatte auch nie Glück in der Liebe. Meine Mutter war dreimal, nein, viermal war sie verheiratet. Genau, weil einen Typen hat sie sogar zweimal geheiratet. Dann zahlt sich das Hochzeitskleid wenigstens aus. Ja. Und wie ist das eigentlich bei dir? Bei mir. Im Gegensatz zu dir habe ich die Liebe meines Lebens gefunden. In tunerweise war sie verheiratet. Blöd. Ich glaube, wir sollten schon aus mir heimkommen. Ja. Da. Da. Oh. Ja. Danke. Oh. Ja. Oh. Ja. Rüstig? Ja, gern. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum denn nicht? Ich habe vor zwei Jahren einen Menschen verloren. Bei einem Flugzeugabsturz. Deswegen hast du dich hier verkrochen. Ich fühle mich schuldig. Warum denn? Wir wollten zu einem Ärztekongress nach Stockholm fliegen. Wir haben uns zu oft auf das gemeinsame Wochenende gefreut. Und am Abend davor haben wir fürchtlich gestritten. So heftig wie noch nie. Ich wollte, dass ihr Mann endlich die Wahrheit sagt. Dass ihn verlässt. Wir sind im Streit auseinandergegangen. Am nächsten nur quasi tot. Da bist du doch nicht schuld dran. Das Letzte, was ich zu ihr gesagt habe, war... ...du bist feig. Falk. Falk. Ich glaube, jetzt muss ich dir vorher was sagen. Ich bin eigentlich zu dir gekommen, weil ich was für dich habe. Ich habe einen Brief für dich. Einen Brief? Mhm. Aus einem Koffer. Was für ein Koffer? Aus ihrem Koffer. Den wollte ich dir geben. Ihr Koffer ist anscheinend am Flughafen liegen geblieben. Und mein bester Freund hat ihn dann ersteigert und hat ihn mir zum Geburtstag geschenkt. Dann... Dann habe ich deine Gedichte drin gefunden. Meine Gedichte? Ja. Die du für sie geschrieben hast. Und eben auch diesen Brief. Und dann... ...war ich bei dir in der Praxis und jetzt bin ich da. Von dem Unglück habe ich dann eigentlich erst von ihrem Mann erfahren. Du weißt bei ihrem Mann? Ja, ich... Ich bin da in die Hochzeit reingeplatzt. Es war so... Ich habe... Du hast das alles gewusst. Nein. Du hast mir die letzten zwei Tage nur was vorgespielt. Nein, ich habe nichts gespielt. Schau mal, ich bin ja nicht gekommen, um da zu bleiben. Ich wollte ja eigentlich nur diesen Brief bringen und dann... ...bin ich hier rein und... ...und dann hast du die ganze Zeit geredet... Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Darf ich es dir erklären, bitte? Hol dir eine Sache und geh. Liebster, mich schmerzt unser Streit so unendlich. Ich werde ohne dich fliegen, aber mit dir im Herzen zurückkehren. Als du heute Abend gegangen bist, ist mir klar geworden, ich will den Rest meines Lebens mit dir sein. Ich werde die Tage der Einsamkeit nützen, um für mich einen Weg des Abschieds von Helmut zu finden. Mein Entschluss wird ihm das Herz brechen, aber wenn ich bei ihm bleibe, werde ich verkümmern. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir ganz unbelastet in die Zukunft schauen. Auf den Tag, an dem es nur noch uns beide gibt. Ich liebe dich, Michaela. Ich habe alles falsch gemacht. Es tut mir leid. Entschuldige. Ich wollte nur den Mann kennenlernen, der diese wunderschönen Gedichte geschrieben hat. Ihr macht Papier. Keine Gedichte. Was ist das dann? Das ist nicht von mir. Entschuldige bitte, aber wenn du diese Gedichte nicht geschrieben hast, ich meine, wer hat sie dann geschrieben? Wie sind sie dann in ihren Koffer reingekommen? Für michечно. Wer? 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 Musik Wer? Du hast es geschrieben. Du hast es geschrieben und du hast es in den Koffer gelegt und hast nichts gesagt. Und ich bin so blöd und check das nicht. Warum, warum hast du nichts gesagt? Hallo, redest du bitte endlich mit mir? Weil ich sehr enttäuscht war von dir. Dass du nicht eine Sekunde auf die Idee gekommen bist, dass ich die Gedichte geschrieben haben könnte. Okay? Du? Hast du eine Ahnung, was du angerichtet hast? Weißt du, du hast mich ins offene Messer laufen lassen. Du warst ja nicht davon abzubringen. Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du nichts bemerkt? Du hast alles kaputt gemacht. Du bist scheißfeig. Ich will dich nicht mehr sehen, verspielen aus meinem Leben. Okay. Du liebst nicht mich. Ich bin der Ersatz für sie. Habe ich recht? Na, bitte sag jetzt nicht, es tut dir leid. Mei. Willst du nicht doch was essen? Nein. Aber Kindchen, du kannst doch nicht tagelang nichts essen. Mama, bitte. Soll ich dir was von deinem Asiaten holen? Mama, bitte. Kannst du mich einfach in Ruhe lassen? Das ist meine Schuld. Ganz allein meine. Ich habe dich da reingeritten. Soll ich dir ein Milchreis kochen? Den habt ihr als Kinder doch immer so gern gemocht, der Lenny und du. Entschuldige. Leute. Okay. Eleni, was ist los mit dir? Die 841 wartet seit drei Minuten die Startfreigabe. Scheiße. Ich löse dich ab. Mach vielleicht Abend. Super, danke. Hi. Hi. Stehst du schon lange da? Geht so, wackelt in der Gegend. Morgen ist auch eine tolle Gegend hier. Ich wollte dir deine Gedichte zurückgeben. Ich hab das in dem ganzen Trubel total vergessen. Leni, ich... Komm, spar dir jetzt die ganze Mitleidsnummer, ja? Ich hab mich da... Vergiss es einfach, okay? Oder noch besser, vergiss mich. Also eigentlich wollte ich sagen, dass du... Dass ich was? Dass ich eine Therapie machen soll? Ich werd's tun. Ja. Ja. Das war's dann wohl. Ja. Das war's dann wohl. Schau mal, Leni, du warst für mich wirklich immer wie ein Bruder. Wir haben uns so wahnsinnig gut verstanden. Ich wär eigentlich nie auf die Idee gekommen, dass du und ich, also... dass wir... Es ist in Ordnung. Passt schon. Wirklich. Hast du ja recht. In solchen Sachen... Kann man nix erzwingen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns nicht mehr sehen. Eine Zeit lang zumindest. Ja, das wär mir auch recht. Super. Tja, werd ich in nächster Zeit allein zum Zahnarzt gehen müssen. Sieht so aus. Ja, ist wahrscheinlich eh besser. Ich muss zur Arbeit. Äh, kommst du nicht gerade von der Arbeit? Ähm, ich... ich hab nur einen zweiten Job im Squash Center. Ah! Ja, cool. Cool. Na gut, dann... Tschau. Was genau machst du da? Christine. Was soll es sein? Entschuldige, du hast dich so lange nicht gemeldet. Ja, alles klar. Christine. Passt schon. Kindchen da vorne drin ist doch auch keine Lösung. Weißt du, ich muss weg. Ich brauch ein bisschen Abstand. Außerdem hält mich da nix mehr. Dankeschön. Nein, außer dir natürlich. Ja, aber dann gleich so ohne Ziel in der Gegend rumreisen wie... Ja, genau darum geht's. Warum gehst du denn nicht an ein nettes Wellnesshotel? Ganz einfach, weil's nett ist. Ich will mich nicht massieren lassen. Ich will was begreifen. Oh! Oh! Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr an meinem Fuß arbeiten. Dann schläge ich auch so auf wie du. Das Thema ist gegessen. Und du hast wieder mal verloren. Viel Spaß an mich. Hast du mal wieder was von ihr gehört? Nicht wirklich, ne? Danke. Danke. Nicht wirklich? Was heißt nicht wirklich? Sie hat mir die Gedichte zurückgebracht. Zum Flughafen. Und? Nix und. Wir sind der Meinung, das ist besser, als wenn wir uns nicht mehr sehen. Alter, du kapierst ja wirklich überhaupt gar nichts. Da kommt die extra raus zu dir, um dir deine bescheuerten Gedichte wiederzubringen, die sie dir locker mit der Poste schicken können. Und du, du... Die wollte dich sehen. Du bist doch wirklich ein handfester Trottel. Hallo, Gerti. Mein lieber Lenny, ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat. Du bist ein handfester Trottel. Du hast mit Guido geredet, was? Ja. Ist... Ist das Post von der Christine? Ihr beide seid mir nur wirklich nicht mehr wurscht. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, die Briefe in den Koffer zu legen? Ich hab ja nichts gewusst von der Erraschungsparty. Ich dachte, wir sind allein. Ich hab mir das alles ganz genau ausgemalt. Sie macht den Koffer auf, dann liest sie die Gedichte. Dann schaut sie mich an, ich schau sie an und dann weiß sie, dass ich... Wann hast du denn auf der Party nichts gesagt? Ja. Vor allen. Ich. Ja, stimmt. Außerdem hab ich nicht gewusst, dass dieser andere Brief in dem Koffer ist. Lenny, ich sag dir was. Gedichte schreiben ist schön und gut, Vorsicht, das heißt. Aber irgendwann muss man das Leben auch in die Hand nehmen und zwar richtig. Aber bis ich in Verona bin, ist sie längst weg. Ja, wo sie wohl hin will. 15. Juni. Warum? Venedig. 12. Juni. 20. Juni. Florenz. 18. Juni. Neapel. Dann... Verona. Buongiorno. Buongiorno, Signora. Haben Sie... Sprechen Sie Deutsch? Ja, Signora. Haben Sie vielleicht noch ein Zimmer frei? Haben wir. Auch die Nummer 18? Ich war nämlich als Kind schon immer da in dem Hotel. Ach, Sie sind das. Ja, die 18 ist frei. Bitteschön. Dankeschön. Ah, ich finde mich zu Recht. Ich finde mich zu Recht. Ich finde mich zu Recht. Das ist so herzzerreißend, Kind. Du sagst mir, wer hat dir diese wunderschönen Gedichte geschrieben? Sie sind nicht für mich. Ach, nicht? Nein, die waren in dem Koffer, die mit der Lanny zum Geburtstag geschenkt hat. Weißt schon. Magst du auch ein Bier? Ja. Was gäbe ich darum, wenn wenigstens einer meiner zahlreichen Männer mir nur ein Gedicht geschrieben hätte? Hat aber keiner. Danke. Was hast du jetzt damit vor? Weiß ich nicht. Da ist schon so eine blöde Geschichte losgetreten. Erzähl, ich habe Zeit. Ja, das habe ich befürchtet. Das ist eine traurige Geschichte. Wieso erzählst du mir die erst jetzt? Weil ich ganz genau weiß, wie du reagierst. Aber du kannst doch die ganzen schönen Gedichte jetzt nicht einfach irgendwo in der untersten Schublade verschwinden lassen und zu tun, als wäre nichts gewesen. Doch, kann ich. Es ist einfach besser so. Kindchen. Irgendwo da draußen schreibt ein unbekannter Mann solche Texte. Aber die Frau, die er verehrt hat, ist tot. Ich meine, jetzt muss sich doch irgendjemand um den armen Mann kümmern. Völlig selbstlos natürlich. Natürlich. Mama, bitte. Da liegt dir ein Juwel zu Füßen und du hebst ihn nicht auf. Mir liegt überhaupt nichts zu Füßen. Ich kenne den ja überhaupt nicht. Und nach den letzten Erfahrungen, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch nicht scharf drauf, den kennenzulernen. Und warum hast du das ganze Zeug dann aufgehoben? Und nicht mit Samt im Koffer versenkt? Weil... Eben. Ich verstehe das Ganze sowieso nicht. Mir ist das zu hoch. Wie kann diese Frau, Gott hab sie selig, einen Mann nicht erhören, der ihr solche Liebeserklärungen schreibt? Ich würde für so jemanden alles stehen und liegen lassen. Vielleicht hat sie ihn ja eh erhöht. Wie meinst du das? Ja, komm, ich zeig dir was. Der Brief ist von ihr? Und du hast ihn nicht aufgemacht? Nein. Und du wirst ihn auch nicht aufmachen. Ich mach den jetzt auf. Wenn du zu feige dazu bist, ich bin sicher nicht. So was macht man nicht. Das macht man nicht. Nein, das macht man nicht. Wer bitte hat dich so erzogen? Ich war sicher nicht. Okay, pass auf. Mir reicht's. Schau, mir geht's wirklich gut. Du hast die Adresse von einem Mann, der solche Sachen schreibt. Aber du willst ihn nicht kennenlernen. Nein, nein. Das ist kein Wunder, dass du noch Solo bist. Du bist doch auch Solo. Ja, weil's mit mir keiner aushält. Ja, und ich bin deine Tochter. Nein. Du bist einfach nur zu blöd, den richtigen Plan zu lernen. Ciao! Wer ist da hin? Mama, das ist meine Sache. Bist du so Enten wie deine Mutter? Weißt du, wann ich das letzte Mal Sex hatte? Du, ich will das gar nicht wissen. Und ich glaub, alle anderen hier auch nicht. Okay? Schon gut, schon gut. Kann mich sowieso nicht dran erinnern. Ciao! 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 Das ist wahnsinnig die Tasche. Hast du jetzt schon Angst vor dem Augenarzt, oder? Nein! Aber hey, blind werden ist auch nicht lustig. Du wirst blind? Nein, ich werd nicht blind. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt sicher Leute, die vor dem Augenarzt Angst haben. Ja, genauso wie ich vor dem Zahnarzt. Du, du musst es nicht immer alles gleich so abwerten. Was werte ich denn ab? Ja, machst du doch. Nein, nein, nein. Jetzt gerade. Entschuldige. Und? Was hast du für ein Problem? Ja, ich, ähm, ich brauch eine Lesebrille. Das ist eine Katastrophe. Eine Lesebrille. Und ich hab mein Blaulicht nicht mit. Das ist nicht lustig. Nein, das ist nicht lustig. Nein. Nein, nicht lustig. Sag, was ist mit dir? Nichts. Die Lesebrille tut echt nicht weh. Ja, eh nicht. Also am Anfang drückt's ein bisschen auf der Nase. Ja, komm Nelly, ich hab's schon kapiert. Du hast eh zugesperrt, gell? Ja. Okay. Schöner Hof. Dr. Marath. Das ist er, oder? Dr. Marath? Du hast aber schon einen Termin, oder? Ja, also... Ja, naja, ist ja jetzt direkt Termin. Komm. Er ist hier in der Beisheit. Hallo. Guten Tag. Okay. Du kannst ja da warten. Ich gebe mal Bescheid, dass ich da bin, okay? Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich... Ich habe eine Frage. Ich möchte eigentlich einen Termin beim Herrn Doktor Moser. Der Herr Doktor Moser? Der ordiniert schon seit zwei Jahren nicht mehr hier. Aha. Ja, ich habe ja vorher für ihn gearbeitet, bevor der Herr Doktor Marath die Praxis übernommen hat. Er hat ja die Praxis für uns alle völlig überraschend verkauft. Zu einem Spottpreis unter uns gesagt. Aber das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Und... Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo ich ihn finden könnte? Worum geht es denn? Das... Das ist eher privat. Also da möchte ich nicht so gerne... Er ist ausgestiegen. Komplett. Er praktiziert nicht mehr. Soviel ich weiß, hat er die alte Papiermühle seiner Eltern übernommen. Irgendwo in Niederösterreich. Bei Weitra. Weitra? Entschuldigung. Dankeschön. Was soll das? Jetzt schleppst du mich daher wegen einer depperten Lesebrille? Kannst du dich beruhigen? Du hast mir gesagt, du hast den Koffer in die Donau geschmissen. Ja, habe ich. Habe ich eh gemacht. Und? Dankeschön. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Aber wann hörst du endlich auf damit? Ist es so schwer zu verstehen, dass ich dem Mann seinen Brief zurückgeben möchte? Nein, aber es ist schwer zu verstehen, warum du ihn nicht einfach ins Postkastl schmeißt, wie jeder andere auch. Es gibt Leute, die liefern die hauptberuflich aus. Ja, und so hast du vielleicht mitgekriegt, dass der gar nicht mehr da wohnt. Wenn ich ihn mit der Post geschickt hätte, hätte er den Brief nicht bekommen. Ja, und? Was? Was geht dich das an? Warum bist du diesen Typen unbedingt? Weil ich... Ich... Was? Vielleicht ist das ja der Typ, der die Gedichte geschrieben hat. und... Was und? Schau mal, ich denke mir, vielleicht ist das der Mann, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Das könnte doch sein, oder? Was denn? Lenny? Lenny, sag mal, spinnst du jetzt, oder was? Das glaub ich nicht! Was ist denn los? Ja! Ja! Sorry! Non, Facebook nicht, oder. Los! 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 Seine Los! Los! Oh, wow. 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 Hallo? Oh, wow. 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 Das ist ein Schicksal. Tanja guri a te. 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 Wow, danke schön. Ich kann ja verstehen, wenn du an deinem 40. Geburtstag eine gewisse Torschlusspanik aufreißt. Aber noch ist es nicht zu spät. Noch geht es ohne Schönheitschirurgen, wenn du dich beeilst. Mama, weißt du, ich will mich nicht operieren lassen. Ich bin glücklich. Ja, juhu. Obwohl, wenn ich es recht bedenke, ein Schönheitschirurg ist auch eine gute Party, oder? Weil, ich weiß nicht, es träumt doch nicht jede 40-Jährige von einem Mann, zwei Kinder und einem Induktionsherd, oder? Naja, aber warum suchst du dir dann genau solche Typen aus? Was, welche Typen? Na also, einen Mann mit zwei Kindern und zu einem depperten Herd, in dem in deinem Fall dummerweise eine andere steht. Äh, sorry, ich wusste nicht, dass... Ich geh mal zu den Mädels. Du hast was mit einem verheirateten Mann? Hast du doch auch gehabt, jahrelang? Ja, der war mit mir verheiratet. Ach nein, Mama. Den meine ich nicht. Kindchen, glaub mir, sowas hat keine Zukunft. Du bist immer und immer nur die Blöde. Ich weiß nicht. Solche Beziehungen haben doch durchaus ihre Vorteile. Ja, du musst deine dreckige Wäsche nicht waschen. Ganz genau, zum Beispiel. Mir geht's gut, okay? Ja, das sieht man. Fehlt nur noch, dass er dein Chef ist. Na bravo. Und schmeckt's euch? Das ist übrigens eine voll schöne Hand. Oh, du kleiner Arsch, hm? Ja, du hättest mich ruhig warnen können. Lässt mich deine Falle laufen. Ich hab's ja selber nicht. Ja, ja, ja. Ich hab mich selber auf einen ruhigen Abend mit dir und dem Koffer gefreut. Mit dem Koffer? Geschenke? Ja? Machen wir ein bisschen später, okay? Entschuldigung. Was? Nein! Geschenke? Wir sind alle wahnsinnig neugierig. Ja, los, los, los. Ja, gut. Also, merk's dir. Ich merk's mir. Für dich. Danke. Halt einmal. Aufmachen. Okay. So. Ist jetzt hier irre? Wahnsinn. Vorlesen. Das ist ein Gutschein für eine Eternal Beauty Spa Behandlung. Voll cool. Dankeschön. Eternal. Für immer jung. Ich weiß, was das heißt. Einmal ist das mit oder ohne Happy End. Hat dir schon jemand gesagt, dass du wahnsinnig fixiert bist? Sehr sicher. Warum bin ich wohl geschieden? Okay, danke. Danke. Und von mir bekommst du ein einjahres All-Inclusive. Ich kann Englisch. Rundrum Wohlfühl Package. Putzen, bügeln und trösten. Oh, Mama. Danke, Mama. Du bist die Beste. Hey, hey. So, Lenny, jetzt du. Ah, das ist nicht so toll. Das können wir gerne ein andermal machen. Jetzt komm schon. Das ist typisch, Lenny. Nur nicht auffallen. Okay. Hey, wir sind alle wahnsinnig neugierig. Du, ich fühlte, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Außerdem freue ich mich sowieso über alles, was ich von dir kriege. Lenny. Ja, also gut. Also gut. Ich habe mir gedacht, ich schenke dir diesmal eine echte Überraschung. Bei uns am Flughafen gibt es nämlich alle drei Monate diese Versteigerung von liegen gebliebenen Koffern. Und diese Koffer kann man wirklich nur ungeöffnet ersteigern. Ich weiß also wirklich nicht, was da drin ist. Aber es ist jedenfalls ein schöner Koffer. Also dachte ich mir... Total schön. Ja. Und wünsche dir ja von Herzen, dass dein Leben noch viele schöne Überraschungen für dich bereithält. Also... Oh, der ist ja ganz schön schwer. Entschuldige. Aufmachen! 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 Wuhu! Aufmachen! 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 Also, Ladies, ich fürchte, ich muss euch enttäuschen. Da sind keine Dollar drinnen. Für jede Menge Unterwäsche. Herr Kindchen, so ist das. Wir hoffen immer, dass das Leben einen wunderbrav uns bereithält. Und dann ist es wieder doch nur eine banale Baumwollunterhose. Das war eine schöne Party, ich hatte. Nur die Männerquote war ein bisschen mau. Nichts gegen dich, Lenny, aber dich habe ich schon als Kindmarkt gesehen. Mann, der ist so süß. Man kann nicht endlich so eine Nummer haben. Nein, geht nicht. Ich tue ihm ja nicht weh. Nein, du, ich kann das nicht machen wirklich. Ich habe das einmal gemacht, aber drei Wochen sauer auf mich. Bitte. Schau, ich kann ihn ja fragen, ob er deine Nummer haben will. Okay. Versprochen. Ja, verspricht. Okay. Ciao. Gute Nacht. Danke für die Party. Komm gut rein. Bring schon den Müll weg. Ja, klar. Also, das war wunderschön, weil es auch so spontan war. Hat es dir aufgefallen? Ja, klar. Ja. Cool. Ja, dann. Sag mal, fährt einer von euch noch in die Stadt? Also, die letzte U-Bahn, Gerte, die geht in zehn Minuten. Du solltest dich jetzt sputen. Ja, natürlich. Ich muss los. Guten Nacht, ihr zwei. Kann ich doch mitnehmen. Das ist nicht nötig. Aber ich fahre bei dir zu Hause vorbei. Na ja, so ein kleiner Absacker wäre aber schon noch nett, oder? Genau. Ihr beide könnt da noch einen trinken gehen. Ich bin eine alte Frau, ich muss ins Bett. Ja, ich muss auch ins Bett. Ich muss morgen echt früh raus, aber ein andermal sehr gern, ja? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ciao. Mann, ey, Feuer. Mann, ey. Gute Nacht, mein Schatz. Biss, Arschloch. Connecten. Was denn? Das Mädel steht auf dich, das ist doch wohl nicht zu übersehen. Was meinst du? Du warst ja wirklich noch nie der Geschickteste bei Frauen. Alma, Alma ist wirklich ein absolut heißer Feger, der nur darum bettelt, ins Bett gebracht zu werden. Was tust du? Du nimmst mich mit. Er hofft dir noch nicht zu viel. Ja. Das ist gut. Ich sage noch nicht, ich habe einen bekannten. Ich brauche dich, es wird mich überbekommen mit dem Internet eingefallen. Ich brauche nur dich. Ich brauche wirklich noch nicht zufrieden. Ich brauche mich überbekommen. Ich brauche mich überraschend. Ich brauche mich überprüfen. Aber doch nicht zufrieden. Ich brauche mich über dieem Form. Niemand und nichts. Nicht das Mondlicht im Regen, das fest mit den Sternen. Weder der Mantel des Meeres, noch der hellste Atem der Wälder. Niemand und nichts hat Licht wie du. Niemals der jemals den Himmel durchschritt über mir. Statt die Zeit in den Tälern, nicht die Lieder der Frauen. Niemand und nichts hat Licht wie du. Niemand und keine andere in dieser Welt, in deren Augen ich lieber schaue. Was ist denn jetzt los? Der Nähe ich mir wünsche, der an Bärmilch soll es nicht. Der an Abwesenheit ich schweigende Tragen. Der an Abwesenheit. Ist egal, in der halben Stunde gibt es Essen, was warm ist, vorausgesetzt am Hunger und essen Fleisch. Jaja. Uuh, Upsa! Aua! Hahaha! Einmal! Lenny! Hallo Katja! Na ihr beiden Teutlitauben, setzt euch doch her, da bitte schon bei dir. Na ja. Hat's doch noch geklappt mit euch beiden, ich hab ihr ehrlich gesagt schon gar nicht mehr dran geglaubt. Lenny ist ja so spontan wie ein autistischer Nacktschnecker. Danke Gerti. Dann krieg ich mal in Richtung Toilette. Mach das. Jetzt erzähl, komm ich will alles wissen. Hm, wie soll ich sagen, nachdem wir in meiner Versuche alle gescheitert sind, ist er plötzlich vor meiner Tür gestanden, hat mir die Kleider vom Leib gerissen und zum ersten Mal aufgestanden bin ich erst nach zwei Tagen. Wir reden von Lenny. Also zuerst war es ein Komplettflop, aber jetzt ist er wieder ausgewechselt. Drogen? Er hat gesagt, irgendetwas hat ihm die Augen geöffnet. Vielleicht der Augenarzt? Hä? Ach, vergiss es. Hallo. Was ist? Ist alles okay? Sicher. Bei dir ja offensichtlich auch. Was sind das? Waldviertlerknödel? Ja. Mit Schweinsbraten. Dankeschön. Haben Sie die selber gemacht? Hab ich von meiner Mutter gelernt. Eine Münchnerin. Aber es ist lustig, meine Mama kommt auch aus Deutschland. Ist dann für einen Zufall in Wien hängen geblieben. Und wie haben Sie sich gerade daher verirrt? Also ich glaube, ich muss Ihnen jetzt die Wahrheit sagen. Lassen Sie mich raten. Falscher Job und keine Perspektive. Ja, das auch. Das kenn ich. Was? Ich war Augenarzt, 17 Jahre lang. Mit eigener Praxis. Wie? Also wenn ich das fragen darf, wie verliert ein Augenarzt seinen Job? Indem ihn hinschmeißt. Midlife-Crisis aber nicht. Es wäre mir nie im Traum eingefallen, dass ich die Arbeit meiner Eltern hier wieder aufnehme. Aber dann hat sich was in meinem Leben verändert. Es hat sich so ergeben. Hier habe ich Raum zum Denken. Muss nicht viel reden. Und nicht ständig fremden Menschen in die Augen schauen. Andere gehen nach Indien. Ich in zwei Viertel. Naja. Ich war schon immer ein feiger Hund. Alter! Was ist denn los mit dir? Was denn? Alles super. Ja, das merke ich. Du schickst auf wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten. Was jetzt? Ja? Mir geht's auch bestens. Ja. Ja, das spür ich. Wir spielen hier einfach nur Squash, ja? Das ist keine Psychotherapie. Ja, du sie leicht. Wie du nicht, oder was? Diesmal so. Therapiestunde kostet locker 150 Euro. Eine Stunde Squash gerade mal 15. Und du Idiot, zahlst sogar noch die Hälfte dazu. Stimmt eigentlich. So habe ich das noch nie gesehen. Was ist jetzt? Wollen wir spielen, oder willst du drüber reden? Hey. Lass mal auf, Alter. Ah. Ah! 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 Okay. Ah! 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 Okay? Ziemlich ähnlich. Wir sind auf einem guten Weg. Auf die Chinesen. Was? Na ja, wegen dem Papier, meine ich. Weil sie es erfunden haben. Auf die Chinesen. Prost. Irre, was auf Papier so alles schon geschrieben worden ist. Das Papier speichert Gedanken. Also natürlich nicht nur die Gedanken, sondern auch die Gefühle, die dahinterstehen, hinter den Gedanken. Angst und Hoffnung. Der ganze Schmerz. Die Liebe. Also ich stelle mir vor, wenn ich mit so einem wunderschönen Papier arbeite, dann möchte ich auch meine schönen Gedanken draufschreiben. Wirklich? Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich zum Beispiel habe die Liebe fürs Leben noch nicht gefunden. Ah ja. Sitzt die Enttäuschung so tief? Hm. Ich glaube, bei mir liegt das in den Genen. In den Genen? Ja, meine Mutter, die hatte auch nie Glück in der Liebe. Meine Mutter war dreimal, nein, viermal war sie verheiratet. Genau, weil einen Typen hat sie sogar zweimal geheiratet. Dann zahlst du das Hochzeitskleid wenigstens aus. Ja. Und wie ist das eigentlich bei dir? Bei mir. Im Gegensatz zu dir habe ich die Liebe meines Lebens gefunden. Und tun wirweise, was ich verheiratet. Blöd. Ich glaube, wir sollten schadlos mehr heimkommen. Ja. Da. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Rüstig? Ja, gern. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum denn nicht? Ich habe vor zwei Jahren einen Menschen verloren. Bei einem Flugzeugabsturz. Deswegen hast du dich hier verkrochen. Ich fühle mich schuldig. Warum denn? Wir wollten zu einem Ärztekongress nach Stockholm fliegen. Wir haben uns zu oft auf das gemeinsame Wochenende gefreut. Und am Abend davor haben wir fürchtlich gestritten. So heftig wie noch nie. Ich wollte, dass ihr Mann endlich die Wahrheit zeigt. Dass ihn verlässt. Wir sind im Streit auseinandergegangen. Am nächsten nur quasi tot. Da bist du doch nicht schuld dran. Das Letzte, was ich zu ihr gesagt habe, war... Du bist feig. Feig. Ich glaube, jetzt muss ich dir vorher was sagen. Ich bin eigentlich zu dir gekommen, weil ich was für dich habe. Ich habe einen Brief für dich. Einen Brief? Mhm. Aus einem Koffer. Was für ein Koffer? Aus Ihrem Koffer. Den wollte ich dir geben. Ihr Koffer ist anscheinend am Flughafen liegen geblieben. Und mein bester Freund hat ihn dann ersteigert und hat ihn mir zum Geburtstag geschenkt. Dann... Dann habe ich deine Gedichte drin gefunden. Meine Gedichte? Ja. Die du für sie geschrieben hast. Und eben auch diesen Brief. Und dann... war ich bei dir in der Praxis und jetzt bin ich da. Von dem Unglück habe ich dann eigentlich erst von ihrem Mann erfahren. Du weißt, wie ihr Mann? Ja, ich... Ich bin da in die Hochzeit reingeplatzt. Es war so... Ich hab... Du hast es alles gewusst. Nein. Du hast mir die letzten zwei Tage nur was vorgespielt. Nein, ich hab nix gespielt. Schau mal, ich bin ja nicht gekommen, um da zu bleiben. Ich wollte ja eigentlich nur diesen Brief bringen. Und dann... bin ich hier rein und... und dann hast du die ganze Zeit geredet... Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Darf ich's dir erklären, bitte? Hol dir das auch und geh. Liebster, mich schmerzt unser Streit so unendlich. Ich werde ohne dich fliegen, aber mit dir im Herzen zurückkehren. Als du heute Abend gegangen bist, ist mir klar geworden, ich will den Rest meines Lebens mit dir sein. Ich werde die Tage der Einsamkeit nützen, um für mich einen Weg des Abschieds von Helmut zu finden. Mein Entschluss wird ihm das Herz brechen, aber wenn ich bei ihm bleibe, werde ich verkümmern. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir ganz unbelastet in die Zukunft schauen. Auf den Tag, an dem es nur noch uns beide gibt. Ich liebe dich, Michaela. Ich habe alles falsch gemacht. Es tut mir leid. Entschuldige. Ich wollte nur den Mann kennenlernen, der diese wunderschönen Gedichte geschrieben hat. Ich mache Papier. Keine Gedichte. Was ist das dann? Das ist nicht von mir. Entschuldige bitte, Mama. Wenn du diese Gedichte nicht geschrieben hast... Wer hat sie dann geschrieben? Wie sind sie dann in ihren Koffer reingekommen? Mhm. Das ist auch okay. Du hast es geschrieben. Du hast es geschrieben und du hast es in den Koffer gelegt und hast nichts gesagt. Und ich bin so blöd und check das nicht. Warum, warum hast du nichts gesagt? Hm? Michael Schwarz. Ich komm sofort nach. Hey. Hey. Wir könnten unseren verpatzten Abend nachholen. Die Gabi ist mit dem Buben zu den Großeltern gefahren. Ja, toll. Schön. Reservieren sie am Tisch. Gut. Ich freu mich. Ich auch. Bis später. Hallo. Benni? Ah, super, dass du so schnell kommen hast können. Ja. Ah, super, dass du so schnell kommen hast können. Ah. Hallo. Benni? Ah, super, dass du so schnell kommen hast können. Pass auf. Du hast mir das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht, das ich jemals gekriegt habe. Ich danke dir. Echt. Super. Komm, was magst du denn trinken? Komm sei mein Halt und mein Abgrund. Komm sei mein was und mein wie. Wenn du bleibst, frage ich nie wieder wen nach der Zeit. Du wirst mein immer und nie. Mein Durst, ganz genau wie mein Brunnen. Mein wohin und zugleich und woher. Pass auf, jetzt kommt's. Wenn du gehst, schließ mein Herz gut hinter dir ab. Denn nach dir kommt bestimmt keine mehr. Das sind die schönsten und traurigsten Liebeserklärungen, die ich je gelesen habe. Ah ja. Findest du das nicht ein bisschen schmalzig? Hm. Ja, also ich weiß, was du meinst. Aber jetzt versuch dir das einmal vorzustellen. Ja. Da schreibt ein Typ jahrelang, wirklich über einen langen Zeitraum, schon überall das Datum. Schau dir das mal an. Richtig lange Zeit. Unerfüllte Liebesgedichte. Und sie, ja, die hat das wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Oder vielleicht wollte sie es auch nicht mitkriegen. Keine Ahnung. Vielleicht hat er ihr ja die Gedichte nie gegeben. Und wie kommen sie denn in den Koffer? Vielleicht hat er ja alle gemeinsam gegeben dann. Ich glaube, ich musste ja... Wie auch immer, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie die Frau heißt. Michaela Schwarz. Nein. Doch. Ich habe eine Kreditkartenabrechnung gefunden. Und da hat sie unterschrieben. Schau mal. Michaela Schwarz. Ja. Aber wer sagt überhaupt, dass die Gedichte für Sie sind? Hm? Für wen soll es denn sonst sein? Die waren ja in jedem Koffer. Ah, einen Brief habe ich übrigens auch gefunden. Schau. Glaubst du, wir können den aufmachen? Nein. Das kann man nicht oder das macht man nicht. Nein. Der war in dem Koffer? Ja. Ja, das sage ich doch. Du, Lenny, ist alles okay mit dir? Ist irgendwas los? Wirkst irgendwie so... Nein, nein. Ist alles okay. Ja, sicher? Ja, klar. Alles gut. Also, pass auf. Was mir gestern passiert ist. Hm? Ich habe diese Texte gelesen. Und dann sind mir die Tränen gekommen. Ey, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Mich hat das so berührt. Ich habe mir dann versucht vorzustellen, ich wäre diese Frau. Und dann kriege ich das über die ganze Zeit nicht mit. Und dann verliere ich auch noch diese Texte. Das ist schrecklich. Warum suche ich mir immer die Arschlöcher aus? Echt? Obwohl, wenn man es genau nimmt, diese ja kein Arschloch, sondern einfach verheiratet. Und ich bin das Arschloch. Aber nein. Ja, komm. Was habe ich mir vorgestellt? Irgendwas wirst du schon in den Kunden haben. Das Sex war Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, Lenni. Von all den Frauen, mit denen du jemals geschlafen hast. Wie viele sind dir da so unvergesslich? Also, ich meine jetzt emotional unvergesslich. Wo der Sex so eine ganz starke Energie hat. Wo man fast verschmilzt. Das sind drei, wenn es hochkommt. Wenn überhaupt. Ja. Das ist nicht viel. Ja. Ja, der Werner war so einer davon. Das kann ich zu leichter loslassen. Das kannst du mir glauben. Das glaube ich dir, ja. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Echt? Ich bin so froh. Das ist so irre. Ich kann mit dir wirklich über alles reden. Ich glaube, ich kann mit keiner Freundin so gut reden. Weißt du was? Du bist meine beste Freundin. Wirklich. Ich wünsche jeder meiner Freundinnen so eine Freundin mit dich. Ich meine es nicht blöd. Ich meine es als Kompliment. Ach so. Dann vielen herzlichen Dank. Weißt du was? Ich werde diese Frau suchen und werde die Gedichte zurückgeben. Christine, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Kannst du heute mit mir schlafen? Ich glaube, ich packe das heute nicht allein. Nein. Nein. Bitte. Nein, besser nicht. Heute ist nicht gut. Bitte, Lani. Bitte, bitte. 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 Gute Nacht. Gute Nacht. Seelenschwester. Leck dich. Okay. Gute Nacht. Und danke, dass du da bleibst. Bitte. Bitte schau dir das an. Allein in Wien gibt es 112 Michaela Schwarz. Na komm. Vergiss es. Außerdem, wer sagt, dass die überhaupt in Österreich lebt? Muss da einen Grund geben, dass die ihren Koffer nicht abgeholt haben? Ach, an dem Koffer war keine Banderole mehr dran. Also die hätte ich den gar nicht finden können. Also ich kann das schon verstehen. Wenn mir jemand solche Gedichte schenkt, möchte ich die auch wieder haben. Ach. Na ja schon, klar. Von 80 Millionen transportierten Koffern gehen jährlich ca. 200.000 verloren? Oh, kleiner Experte spricht das hier. Wie auch immer, es gibt ja auch noch diese Kreditkartenabrechnung. Also irgendwie muss es ja möglich sein, dass man herausfindet, wo diese Frau wohnt. Sag mal, hast du schon mal was von Bankgeheimnis gehört? Das ist eine super Idee. Danke, Lani. Morgen. Ich dachte, wir gehen frühstücken. Morgen. Sorry. Und die waren alle in dem Koffer? Ja. Wieso kennt mich nicht solche Männer? Tu keine Sorge, keine von uns kennt die. Aber genau deswegen möchte ich ja der Frau, die so einen Typen kennt, diese Gedichte zurückgeben. Ja. Ja. Was ist das? Das ist ein Kreditkartenbeleg. Und den habe ich da auch in dem Koffer gefunden. Michaela Schwarz. Na, das wird schwierig. Da gibt's sicher Tausende mit so einem Namen. Ja, genau, genau, genau. Ja, genau, deswegen bin ich da. Mhm. Komm, Alma, für dich ist das wirklich ein Kinderspiel. Schau mal, du gibst den Namen ein und schon macht's blind. Und schon macht's peng. Das ist verboten. Hast du schon mal was von Bankgeheimnis gehört? Ich brauch nur diese eine Adresse. Eine Adresse. Das ist ja eine gute Sache. Nein. Ich hab dir einmal was gecheckt und ich hab richtig Ärger bekommen. Aber das war doch geschäftlich. Das ist jetzt privat. Okay, pass auf, ich schlag dir einen Deal vor, ja? Ich bin nicht käuglich. Das weiß ich, ist mir schon klar. Ich geb dir nur einfach, sagen wir mal, eine kleine Entscheidungshilfe. Ach so. Ja. Mhm. Also, ich mach ein Abendessen. Ich bin auf Diät. Sind wir alle andauernd. Kleines, feines Abendessen. Bei mir. Ganz intim. Nur du und ich. Und der Lenny. Schau mal, ich weiß gar nicht, was du hast. Sie ist fesch, sie hat Humor. Für ihr Alter ist sie gar nicht so frustriert wie alle anderen. Sie ist nur einmal geschieden, hat keine Kinder, für die du den Ersatzpapa spielen musst. Das ist heutzutage fast wie ein Sechser im Lotto. Spiel aber nicht Lotto. Solltest du aber. Schau mal, du hast auch ein bisschen Glück verdient in deinem Leben, oder? Danke. Du, die steht total auf dich. Jetzt gib ihr doch eine Chance. Wer weiß, was daraus wird. Was, willst du ewig alleine bleiben? Das machst du auch, oder? Ja, aber nicht freiwillig. Und im Gegensatz zu Alma bin ich wirklich frustriert. Stimmt. Und Humor hast du auch keine. Komm, bitte, triff dich mit ihr. Versprich mir das. Will durch dein Leben reisen und deine Sorgen tragen. Will kitschig Verse formen und den Hunger nach dir in einem Meer von Träumen stillen. Will meinem Leben ein Ende bereiten, um für dich ein neues zu beginnen. Ich meine, das ist so eine Verschwendung. Die hätten 20 tolle, glückliche Jahre haben können. Also wenn sie das früher gewusst hätte, ja, dann hätte er... Dann wären sie vielleicht seit 10 Jahren geschieden. Kann genauso sein, das kann man nicht wissen. Naja, aber entschuldige, welche Frau schmilzt bei solchen Texten nicht dahin? Ja, schon, aber... Können wir jetzt bitte über was anderes reden, auch noch? Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Typischen Mann. Was denn? Ist mir halt so intim. Ich fühle mich, als würde ich in der Dreckwäsche von anderen Leuten wühlen. Du hast mir den Koffer geschenkt. Ja. Und weißt was? Hm? Ich bereue es auch schon. Hm. 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 Und die Christine und du, ihr kennt euch schon seit der Schulzeit, oder wie? Ja, eigentlich sogar schon länger. Die Gerti, also die haben wir von der Christine und meiner Eltern, waren immer sehr gut befreundet. Und die Christine ist jedes Jahr mit uns auf Urlaub fahren nach Italien. Grado. Und die Villa Bianchi, da waren wir fünf ungefähr. Und seitdem sind wir unzertrennlich. Hm. Wie Bruder und Schwester. Ja, wie Schwester und Schwester. Hm. 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 Du bist echt lustig. Ich weiß. Ciao. Ciao. Hm. Gute Nacht. Segen, Schwester. Ja. Gute Nacht. Also ich darf. Ciao. Bitte lasse ich nicht dein Auto helfen. Nein, ich passe auch an mir. Keine Sorge. Ja. Hast du nicht noch was für mich? Ach so, ja. Du, das war gar nicht so leicht. Also, die Adresse ist glaube ich alt, aber was anderes habe ich nicht gefunden. Super. Danke dir. Viel Glück damit. Dir auch. Ja. Ciao. Tja. Amiche. Amiche. Danke, danke, danke. Danke, danke. Ich hab mir zu viel, Altwein. Sorry. Das passt schon. Schlaf mal einfach. Hey, Lenni. Na, hast du kurz Zeit? Wofür? Komm, steig ein. Na, wie war's? Ähm, super. Wir haben gestern noch geheiratet. Heute werden wir Kinder zeugen und morgen fangen wir an, das Haus zu bauen. Haha. So, warte. Schau mal. Ich würde gern hinfahren. Wo hast du die her? Bist du noch nie was vom Bankgeheimnis gehört? Hast du die zufällig von der Alma? Nein. Nein, Lenni, echt. Du, ich hab auch meine Kontakte. Christine, du... Du verrennst dich da in was, glaub ich. Wer sagt, dass die Frau das überhaupt will? Vielleicht... Vielleicht ist sie ja froh, dass der Koffer weg ist. Ja, vielleicht aber auch nicht. Und das werde ich erst erfahren, wenn ich sie selber fragen kann, oder? Und um wen geht's da dabei? Um dich oder um die Frau? Ich glaube einfach, dass es kein Zufall ist, dass ich den Koffer gekriegt habe. Doch. Nein. Doch. Christine, ich hab... Es ist Zufall. Ich hätte genauso gut jeden anderen Koffer erstreiten. Passt du aber nicht. Ja. Also, was ist jetzt? Kommst du mit oder kommst du nicht mit? Schau mal, immerhin bist du ja sowas wie der Urheber dieser ganzen Sache. Ich bin der Urhe... Ja. Jetzt bin ich schuld, oder was? Was entschuldigt? Jetzt bin ich... Klar. Ja, klar. Du bist doch nur zu feig, allein da hinzugehen. Passt das. Also, entschuldige, aber das ist absoluter Schwachsinn. Ach, das ist ein Schwachsinn? Ich hab dich zu deinem ersten Schultag begleiten müssen. Ich hab dich zu deiner Maturaprüfung begleitet, zu deiner Führerscheinprüfung, zu deiner Knie-OP. Und ich begleite dich seit 15 Jahren zum Zahnarzt, weil du dir ins Hemd machst. Wenn du das als Belastung empfindest. Das ist keine Belastung. Nein, du brauchst es nur zu sagen. Dann ruf ich dich einfach nicht mehr an, verstehst du? Das ist keine Belastung, weil zum Zahnarzt muss man gehen, aber da muss man nicht hin. Doch, muss man. Weißt du was? Du bist ein Feigling. Und du bist eine sture Ziege. Sture Ziege? Ey, was soll der Scheiß? Ey, das heißt sturer Hund, du blöder Hund. Ja, nicht sture Ziege. Ja, weißt du, das konntest du immer schon gut. Weißt du was, du kannst mich malen. Ja, auf Nebensächlichkeiten herumreiten und versuch... Leck mich am Arsch! Schub mich auf! Ja, du... Ah, okay. Gibt es da vielleicht auch noch eine andere? Sie meine wahrscheinlich meine Schwiegertochter. Wir sind im Garten. Wir haben schon sehr lange auf Sie gewartet. Elmuth? Elmuth! Die Sängerin ist da! Sie will bitte die was? Die Sängerin? Darf ich mir das erste Lied wünschen? Entschuldigen Sie, das ist ein Missverständnis. Ich bin nicht die Sängerin. Also ich kann gar nichts singen. Also gar nicht. So wie wollen Sie denn? Ich komme ungelegen. Nein, nein, nein. Passt schon, kein Problem. Ich komme ein anderes Mal wieder. Wollen Sie was trinken mit uns? Das ist sehr nett, aber... Was können wir für Sie tun? Eigentlich suche ich die Frau Schwarz. Sabine? Seit heute bin ich Frau Schwarz. Ja, gratuliere Ihnen. Sabine, ich suche aber eigentlich die Michaela Schwarz. Ich würde nämlich wahnsinnig gern Ihren Koffer zurückgeben. Herr Schwarz? Entschuldigung, habe ich jetzt eben... Entschuldigung, habe ich jetzt eben... Hi. Hey. Na, wieder nüchtern? Es geht so. Du, ich hab nachgedacht. Und ich glaub dir die Geschichte nicht, dass du Christins Schwester bist. Erwischt. Ich glaub, du bist ein Mann. Maja. Und es gibt einen ganz einfachen Test. Wenn du errätst, was ich drunter anhab und mich trotzdem in die Wohnung lässt, dann bist du ein Mann. Wenig Stoff? Michaela war eine erfolgreiche Augenärztin. War sehr viel unterwegs. Von einem Kongress zum nächsten. Und vor zwei Jahren ist sie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Oh, Gottes Willen. Für meinen Sohn und für die Kinder war das ein unfassbarer Schock. Ja, natürlich. Die beiden haben über 15 Jahre eine glückliche Ehe geführt. Helmut liebte seine Frau über alles. Und er konnte ihren Tod nicht überwinden. Er hat erst wieder Hoffnung geschöpft, als Sabine in sein Leben trat. Und jetzt, genau an dem Tag, an dem er ein neues Leben beginnen will, stehen Sie plötzlich da und bringen Michael aus Koffern. So leid, ich hab das nicht wissen können. Natürlich, konnten Sie wirklich nicht. Es tut mir leid. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Das sollten Sie noch wissen, in dem Koffer. Gar nicht sein. Egal, was es ist, es ist vorbei. Die einzige Chance für meinen Sohn ist, die Vergangenheit in Ruhe zu lassen. Ja, aber... Bitte, bitte. Nehmen Sie ihn wieder mit. Es ist besser so. Gut. Auf Wiederschauen. Es tut... Magst du mir verraten, worauf du stehst? Liebe. Na, das kriegen wir auch noch hin. Entschuldige. Sie ist tot. Was? Sie, tot ist sie. Wer? Du hast wieder einmal recht gehabt, so wie du eigentlich immer recht hast. Ich hätte auf dich hören sollen, ich hätte da nie im Leben hinfahren dürfen. Wirklich. Ich... 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 Es ist so gut, dass du da bist. Hi. Hi. Ja, passt schon. Wir hängen eh nur ab. Gut. Also... Was ist denn passiert? Ich sag's dir, das war so schrecklich. Ich bin zu der Adresse gefahren, ne? Der Mann hat wieder geheiratet. Ich meine, stell dir das einmal vor, das ist doch völlig absurd, gerade heute. Was für ein Mann? Der Mann von der Michaela Schwarz, die ist übrigens vor zwei Jahren beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die ist tot. Das ist ja schrecklich. Boah, ich bin da rein mit dem Koffer und allem. Du, ich sag dir, erst haben die geglaubt, ich bin die Sängerin. Das war so peinlich. Hast du was von den Gedichten erzählt? Nein, hab ich nicht. Der hat aber auch nicht gefragt. Gut, der ist aber auch sofort heulend zusammengebrochen. Du, vielleicht sind die Gedichte von jemand anderem. Wie kommst du auf das? Naja, das sind ja nicht unbedingt die Gedichte von einem Ehemann, oder? Sondern mehr von einem Liebhaber. Ja, das kann schon sein. Ja, da musst du jetzt weitersuchen. Aber jetzt lass das doch einmal gut sein. Nein, ich kann nicht weitersuchen. Das geht nicht. Das war die Hölle dort, glaub mir das. Aber ich bin so enttrocknet. Dann schmeißt den Koffer weg. Hab ich schon. Sorry. Ich glaub, ich geh jetzt besser. Mhm. Wir können ja morgen weiterreden, oder? Ja. Mhm. Tschüss. Ciao. Viel Spaß noch. Mhm. Entschuldige. Punkt 5. Erreichbarkeit sicherstellen. Punkt 5. Oh, sorry. Entschuldigung. Mit einer netzwerkbasierten Sprach- und Datenlösung erreicht Ihr Kunde gleich beim ersten Anruf den richtigen Mitarbeiter. Kommen wir zu Punkt 6. Auch nicht unwichtig. Mitarbeiterzufriedenheit. Was ist los mit dir? Nichts, ähm, hab sehr schlecht geschlafen. Entschuldige, aber du bist so unkonzentriert. Das Referat hab ich auch noch immer nicht. Bei allem Verständnis, aber... Es ist grad nicht so leicht, okay? Ist irgendwas? Ist es wegen uns? Nein. Sicher? Ja, sicher. Ich will einfach nicht, dass da irgendwas zwischen uns komisch ist. Schau mal, wir haben... ...wirklich eine nette Zeit gehabt miteinander, also nett. Ich hab's... ...mehr als genossen, glaubt man das. Aber deine Frau wird es niemals für mich verlassen. Und das brauchst du auch nicht. Von den Blutwerten hier ist alles in Ordnung. Burnout? Oh, Alter, das kann ich echt nicht mehr hören. Ja, egal was ist, heutzutage hat jeder gleich ein Burnout. Früher waren die Leute einfach überarbeitet, aber jetzt hat jeder zweite Bademeister, der zu angestrengt auf Wasser geguckt hat, gleich ein Burnout. Na, weißt du, was der sinnloseste Beruf der Welt ist? Deiner? Fast. Bademeister am Toten Meer. Guido, ich bin eigentlich hier, um deine fachliche Meinung zu hören und keine blöden Witze. Was ist denn da der Unterschied? Okay. Pass auf. Körperlich bist du gesund. Ja, was ist es dann? Na ja, wenn du mich fragst, findet dein Problem nicht da unten statt, sondern da oben. Das kann nicht sein. Die ist fisch. Humorvoll. Und für ihr Alter gar nicht so frustriert wie alle anderen. Das ist heutzutage schon Lotto-Sechser. Ja, ist das auch deine Meinung? Wieso auch? Naja, das klingt wie eine schlechte Kontaktanzeige. Waschlappen sucht ein schmicksames Stück Seife. Du bist ein ziemlicher Arsch. Ich ziehe einen ehrlichen Arsch im falschen Gesicht vor. Stimmt. Und? Wie geht's an Christine? Wir sehen uns nicht mehr so oft. Alte Freundschaften werden auch überbewertet. Alles klar. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Na ja. Ich würde vorstellen, du gehst jetzt mal nach Hause, holst dir in aller Ruhe einen runter und denkst mal darüber nach. Du bist ein guter Arzt. Hey. Ich will das nicht mehr. Echt, ich will keine halben Sachen mehr. Das ist doch scheiße, immer irgendeine Affäre mit dem Chef oder mit einem Kollegen. Ich mach das doch nur, weil ich Angst habe, allein alt zu werden. Ich will nicht irgendjemanden heiraten oder mit irgendjemandem zusammen sein. Dann lieber gar nicht. Keine halben Sachen. Kannst du mich dann beim Wort nehmen? Nimm deinen Verein noch Mitglieder auf. Wieso? Du bist doch gerade so verliebt. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Musik Wir können ja mal miteinander essen gehen, ganz unverbindlich Hey, ah sorry, ah Nina, hallo Da dein Referat, Ablaufplan kommt morgen Ah ich habe übrigens zwei neue Kunden gecheckt, da kommen dann morgen zwei Vertreter vorbei Das steht aber schon alles in deinem Terminal Falls du was brauchst, einfach melden Ciao Mama Ja, das wäre mir auch recht Super Tja, werde ich in nächster Zeit allein zum Zahnarzt gehen müssen Sieht so aus Ja, ist wahrscheinlich eh besser Ich muss zur Arbeit Kommst du nicht gerade von der Arbeit? Ähm, ich habe noch einen zweiten Job im Squash Center Ah, ja cool Cool Na gut, dann äh Ciao Was genau machst du da? Christine Was soll es sein? Entschuldige, du hast dich so lange nicht gemeldet Ja, alles klar Kann ich stehen? Passt schon Kindchen da vorne drin ist doch auch keine Lösung Weißt du, ich muss weg Ich brauche ein bisschen Abstand Außerdem hält mich da nichts mehr Dankeschön Nein, außer dir natürlich Ja, aber dann gleich so ohne Ziel in der Gegend rumreisen Ja, genau darum geht's Warum gehst du denn nicht an ein nettes Wellnesshotel? Ganz einfach, weil es nett ist Ich will mich nicht massieren lassen Ich will was begreifen Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr an meinem Fuß arbeiten Dann schneide ich auch so auf wie du Das Thema ist gegessen Und du hast wieder mal verloren Spaß an mich Hast du mal wieder was von ihr gehört? Nicht wirklich, ne? Danke Danke Nicht wirklich? Was heißt nicht wirklich? Sie hat mir die Gedichte zurückgebracht Zum Flughafen Und? Nichts und Wir sind der Meinung Dass besser ist, wenn wir uns nicht mehr sehen Alter, du kapierst ja wirklich überhaupt gar nichts Da kommt die extra raus zu dir Um dir deine bescheuerten Gedichte wiederzubringen Die sie dir auch locker mit der Poste schicken können Und du, du Die wollte dich sehen Du bist doch wirklich ein handfester Trottel Hallo, Gerti Mein lieber Lenny, ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat Du bist ein handfester Trottel Hast mit Guido geredet, was? Hallo Lenny? Super, dass du so schnell kommen hast Können, du pass auf Du hast mir das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht, das ich jemals gekriegt habe Ich danke dir Super, komm, was magst du denn trinken? Komm sei mein Halt und mein Abgrund Komm sei mein Was und mein Wie Wenn du bleibst, frage ich nie wieder wen nach der Zeit Du wirst mein Immer und Nie Mein Durst, ganz genau wie mein Brunnen Mein Wohin und zugleich und woher Pass auf, jetzt kommt's Wenn du gehst, schließ mein Herz gut hinter dir ab Denn nach dir kommt bestimmt keine mehr Das sind die schönsten und traurigsten Liebeserklärungen, die ich je gelesen habe Ah ja Findest du es nicht ein bisschen schmalzig? Hm Ja, ich weiß, was du meinst Aber jetzt versuch dir das einmal vorzustellen Da schreibt ein Typ jahrelang Wirklich über einen langen Zeitraum Schon überall das Datum Schauen wir uns mal an Richtig lange Zeit Unerfüllte Liebesgedichte Und sie Ja, die hat das wahrscheinlich nicht mitgekriegt Oder vielleicht wollte sie es auch nicht mitkriegen, keine Ahnung Vielleicht hat er ihr ja die Gedichte nie gegeben Wie kommen sie dann in ihren Koffer? Vielleicht hat er ja alle gemeinsam gegeben dann Ich glaube, ich muss dir Wie auch immer, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie die Frau heißt Michaela Schwarz Nein Doch, ich habe eine Kreditkartenabrechnung gefunden Und da hat sie unterschrieben Schau mal Michaela Schwarz Ja Wer sagt überhaupt, dass die Gedichte für Sie sind? Für wen soll es denn sonst sein? Ich war ja in jedem Koffer Ah, einen Brief habe ich übrigens auch gefunden Schau Glaubst du, wir können den aufmachen? Nein Das kann man nicht, oder das macht man nicht? Nein Der war in deinem Koffer? Ja, das sage ich doch Du Lenny, ist alles okay mit dir? Ist irgendwas los? Du wirkst irgendwie so Nein, ist alles okay Ja, sicher? Ja, klar, alles gut Also pass auf Was mir gestern passiert ist Ich habe diese Texte gelesen Und dann sind mir die Tränen gekommen Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist Mich hat das so berührt Ich habe mir dann versucht vorzustellen Ich wäre diese Frau Und dann kriege ich das über die ganze Zeit nicht mit Und dann verliere ich auch noch diese Texte Das ist schrecklich Warum suche ich mir immer die Arschlöcher aus? Echt? Obwohl, wenn man es genau nimmt, ist ja kein Arschloch Sondern einfach verheiratet Und ich bin das Arschloch Aber nein Ja, komm, was habe ich mir vorgestellt? Irgendwas wirst du schon mit dem Kunden haben Das Sex war Wahnsinn Das war echt Wahnsinn Sorry Das passt schon Schlaf mal einfach Hey, Lenni Hi Na, hast du kurz Zeit? Wofür? Komm, steck ein Na, wie war's? Ähm, super Wir haben gestern noch geheiratet Heute werden wir Kinder zeugen Und morgen fangen wir an, das Haus zu bauen So, warte Schau mal Ich würde gerne hinfahren Wo hast du die her? Bist du noch nie was vom Bankgeheimnis gehört? Hast du die zufällig von der Alma? Nein Nein, Lenni, echt Du, ich habe auch meine Kontakte Christine, du Du verrennst dich da in was, glaube ich Ja, wer sagt, dass die Frau das überhaupt will? Vielleicht Vielleicht ist sie ja froh, dass der Koffer weg ist Ja, vielleicht aber auch nicht Und das werde ich erst erfahren, wenn ich sie selber fragen kann, oder? Und um wen geht's da dabei? Um dich oder um die Frau? Ich glaube einfach, dass es kein Zufall ist, dass ich den Koffer gekriegt habe Doch, doch Christine, es ist Zufall, ich hätte genauso gut jeden anderen Koffer erstreckt Kannst du aber nicht Ja Also, was ist jetzt? Kommst du mit oder kommst du nicht mit? Schau mal, immerhin bist du ja sowas wie der Urheber dieser ganzen Sache Ich bin der Urheber? Ja Jetzt bin ich schuld, oder was? Nein, schuld Jetzt bin ich klar Ja, klar Bist doch nur zu feig, allein da hinzugehen Was ist das? Entschuldige, aber das ist absoluter Schwachsinn Ach, das ist ein Schwachsinn? Ja Ich habe dich zu deinem ersten Schultag begleiten müssen Ich habe dich zu deiner Maturaprüfung begleitet Zu deiner Führerscheinprüfung Zu deiner Knie-OP Und ich begleite dich seit 15 Jahren zum Zahnarzt, weil du dir ins Hemd machst Wenn du das als Belastung empfindest Das ist keine Belastung Nein, da brauchst du es nur zu sagen Dann rufe ich dich einfach nicht mehr an Das ist keine Belastung Weil zum Zahnarzt muss man gehen Aber da muss man nicht hin Doch, muss man Weißt du was, du bist ein Feigling Und du bist eine sture Ziege Sture Ziege? Ey, was soll der Scheiß? Ey, das heißt sturer Hund, du blöder Hund Ja, nicht sture Ziege Ja, weißt du, das konntest du immer schon gut Weißt du was, du kannst mich malen Ja, auf Nebensächlichkeiten herumreiten Ja, du Leck mich am Arsch Du mich auf Ja, du Ah, okay Gibt es da vielleicht auch noch eine andere? Sie meinen wahrscheinlich meine Schwiegertag Wir sind im Garten Wir haben schon sehr lange auf Sie gewartet Kindchen, ich kann ja verstehen Wenn man da am 40. Geburtstag Eine gewisse Torschlusspanik aufreißt Aber noch ist es nicht zu spät Noch geht es ohne Schönheitschirurgen Wenn du dich beeilst Mama, weißt du, ich will mich nicht operieren lassen Ich bin glücklich Ja, juhu Obwohl, wenn ich es recht bedenke Ein Schönheitschirurgen ist auch eine gute Partie, oder? Ich weiß nicht, es träumt doch nicht jede 40-Jährige Von einem Mann, zwei Kinder und einem Induktionsherd, oder? Naja, aber warum suchst du dir dann genau solche Typen aus? Weißt du, welche Typen? Na, so ein Mann mit zwei Kindern und so einem depperten Herd Und dem in deinem Fall, du mal weißt, einer andere steht Äh, sorry, ich wusste nicht, dass... Äh, ich gehe mal zu den Mädels Du hast was mit einem verheirateten Mann? Hast du doch auch gehabt, jahrelang? Ja, der war mit mir verheiratet Oh, nein, Mama Den meine ich nicht Kindchen, glaub mir Sowas hat keine Zukunft Du bist immer und immer nur die Blöde Ich weiß nicht Solche Beziehungen haben doch durchaus ihre Vorteile Ja, du musst deine dreckige Wäsche nicht waschen Ganz genau, zum Beispiel Mir geht's gut, okay? Ja, das sieht man Vielt noch, dass er dein Chef ist Na, bravo Ach, gut Entschmeckt's euch? Das ist übrigens auch voll schön an Na, du kleiner Arsch Ja, du hättest mich ruhig warnen können Lässt mich deine Falle laufen Ich hab mich sehr auf einen ruhigen Abend mit dir und dem Koffer gefreut Mit dem Koffer? Geschenke? Ja Ähm, machen wir ein bisschen später, okay? Entschuldige Nein Geschenke? Wir sind alle wahnsinnig neugierig Ja, lass, 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 lass Ja, gut, also Merkst du? Ich merk's mir Für dich Danke Halt einmal Aufmachen Boah, ist jetzt hier irre Wahnsinn Vorlesen Das ist ein Gutschein für eine Eternal Beautys Barbehandlung Voll cool, dankeschön Eternal Für immer jung Ich weiß, was das heißt Einmal ist das mit oder ohne Happy End Hat dir schon jemand gesagt, dass du wahnsinnig fixiert bist? Du bist ja sicher, warum bin ich wohl geschieden? Okay, danke Und von mir bekommst du ein einjahres All-Inclusive Ich kann Englisch Rundrum-Wohlfühl-Package Putzen, bügeln und trösten Danke, Mama Du bist die Beste So, Lenny, jetzt du Das ist nicht so toll Das können wir gerne ein andermal machen Jetzt komm schon Das ist typisch, Lenny Nur nicht auffallen Eigentlich einen Termin beim Herrn Dr. Moser Der Herr Dr. Moser Der ordiniert schon seit zwei Jahren nicht mehr hier Aha Ja, ich hab ja vorher für ihn gearbeitet Bevor der Herr Dr. Marat die Praxis übernommen hat Er hat ja die Praxis für uns alle völlig überraschend verkauft Zu einem Spottpreis unter uns gesagt Aber das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo ich ihn finden könnte? Worum geht es denn? Das ist eher privat Also da möchte ich nicht so gerne Er ist ausgestiegen Komplett Er praktiziert nicht mehr Soviel ich weiß Hat er die alte Papiermühle seiner Eltern übernommen Irgendwo in Niederösterreich Bei Weitra Weitra? Entschuldigung Dankeschön Was soll das? Jetzt schleppst du mich daher wegen einer depperten Lesebrille? Du hast mir gesagt, du hast den Koffer in die Donau geschmissen Ja, hab ich Hab ich eh gemacht Und? Dankeschön Wiederschauen Auf Wiederschauen Wann hörst du endlich auf damit? Ist es so schwer zu verstehen, dass ich dem Mann seinen Brief zurückgeben möchte? Nein, aber es ist schwer zu verstehen, warum du ihn nicht einfach ins Postkastl schmeißt Wie jeder andere auch Es gibt Leute, die liefern die hauptberuflich aus Ja, und so hast du vielleicht mitgekriegt, dass er gar nicht mehr da wohnt Wenn ich ihn mit der Post geschickt hätte, hätte er den Brief nicht bekommen Ja, und? Aber was geht dich das an? Warum bist du diesen Typen unbedingt clean? Weil ich Ich Was? Vielleicht ist das ja der Typ, der die Gedichte geschrieben hat Und Was und? Schau mal, ich denke mir, vielleicht ist das der Mann, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet habe Das könnte doch sein, oder? Was denn? Lenny? Lenny, sag mal, spinnst du jetzt, oder was? Das glaube ich nicht, was ist denn los? Ja 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 Was ist das? So was ist jetzt? Kommst du mit oder kommst du nicht mit? Schau mal, immerhin bist du ja sowas wie der Urheber dieser ganzen Sache. Ich bin der Urheber? Ja. Jetzt bin ich schuld oder was? Ich bin schuld. Jetzt bin ich. Klar. Ja klar. Du bist doch nur zu feig allein da hinzugehen. Also entschuldige, aber das ist absoluter Schwachsinn. Ach das ist ein Schwachsinn? Ich hab dich zu deinem ersten Schultag begleiten müssen. Ich hab dich zu deiner Maturaprüfung begleitet, zu deiner Führerscheinprüfung, zu deiner Knie-OP und ich begleite dich seit 15 Jahren zum Zahnarzt, weil du dir ins Hemd machst. Wenn du das als Belastung empfindest. Das ist keine Belastung. Zum Zahnarzt muss man gehen. Aber da muss man nicht hin. Doch, muss man. Weißt du was? Du bist ein Feigling. Und du bist eine sture Ziege. Sture Ziege? Ey, was soll der Scheiß? Das heißt sturer Hund, du blöder Hund. Ja nicht sture Ziege? Weißt du, das konntest du immer schon gut. Weißt du was? Du kannst mich malen. Ja, auf Nebensächlichkeiten herumreiten. Leck mich am Arsch. Du bist dumm ich auch. Ja dumm ich auch. Ja dumm ich auch. Gibt es da vielleicht auch noch eine andere? Sie meinen wahrscheinlich meine Schwiegertochter. Wir sind im Garten. Wir haben schon sehr lange auf sie gewartet. Helmut! Helmut! Die Sängerin ist da! Wie bitte die was? Die Sängerin? Darf ich mir das erste Lied wünschen? Oh, entschuldigen Sie, das ist ein Missverständnis. Ich bin nicht die Sängerin. Also ich kann gar nicht singen. Also gar nicht. So wie eben wollen Sie denn? Ich komm ungelegentlich. Nein, nein, nein. Passt schon, kein Problem. Bleiben Sie. Ich komm ein anderes Mal wieder. Wollen Sie was trinken mit uns? Das ist sehr nett, aber... Was können wir für Sie tun? Eigentlich suche ich die Frau Schwarz. Sabine? Seit heute bin ich Frau Schwarz. Ja, gratuliere Ihnen. Sabine, ich suche aber eigentlich die Michaela Schwarz. Ich würde nämlich wahnsinnig gern ihren Koffer zurückgeben. Herr Schwarz? Entschuldigung, hab ich jetzt eben... Hi. Hey. Na, wieder nüchtern? Es geht so. Du, ich hab nachgedacht. Und ich glaub dir die Geschichte nicht, dass du Christins Schwester bist. Erwischt. Ich glaub, du bist ein Mann. Ma, ja. Und es gibt einen ganz einfachen... Michaela Schwarz. Ja. Na, ich komm sofort noch. Hey. Hey. Wir könnten unseren verpatzten Abend nachholen. Die Gabi ist mit den Buben zu den Grauseltern gefahren. Ja, toll. Ja, toll. Reservier uns am Tisch. Gut. Die Frau mir. Ich auch. Bis später. 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 Ich will mit dir trinken. Ah. Komm sei mein Halt und mein Abgrund. Komm sei mein Was und mein Wie. Wenn du bleibst, frage ich nie wieder wen nach der Zeit. Du wirst mein Immer und Nie. Mein Durst ganz genau wie mein Brunnen. Mein Wohin und zugleich und woher. Pass auf, jetzt kommt's. Wenn du gehst, schließ mein Herz gut hinter dir ab. Denn nach dir kommt bestimmt keine mehr. Das sind die schönsten und traurigsten Liebeserklärungen, die ich je gelesen hab. Oh, ja. Findest du es nicht ein bisschen schmalzig? Ja, ich weiß, was du meinst, aber jetzt versuch dir das einmal vorzustellen. Da schreibt ein Typ jahrelang, wirklich über einen langen Zeitraum, schon überall das Datum, schau dir das mal an, richtig lange Zeit, unerfüllte Liebesgedichte und sie, ja, die hat das wahrscheinlich nicht mitgekriegt oder vielleicht wollte sie es auch nicht mitkriegen. Keine Ahnung. Vielleicht hat er ihr ja die Gedichte nie gegeben. Wie kommen sie denn in den Koffer? Vielleicht hat er ja alle gemeinsam gegeben, dann. Ich glaube, ich muss dir... Wie auch immer, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie die Frau heißt. Michaela Schwarz. Nein. Doch, ich habe eine Kreditkartenabrechnung gefunden und da hat sie unterschrieben, schau mal. Michaela Schwarz. Ja. Aber wer sagt überhaupt, dass die Gedichte für sie sind? Hm? Für wen soll es denn sonst sein? Ich war nicht in jedem Koffer. Ah, einen Brief habe ich übrigens auch gefunden, schau. Glaubst du, wir können den aufmachen? Nein. Das kann man nicht oder das macht man nicht. Nein. Der war in deinem Koffer? Ja, das sage ich doch. Du Lenny, ist alles okay mit dir, jetzt irgendwas los will. Wenn du errätst, was ich drunter anhabe und mich trotzdem in die Wohnung lässt, dann bist du ein Mann. Wenig Stoff? Mhm. Michaela war eine erfolgreiche Augenärztin. Sie war sehr viel unterwegs. Von einem Kongress zum nächsten. Und vor zwei Jahren ist sie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Oh Gott. Für meinen Sohn und für die Kinder war das ein unfassbarer Schock. Ja, natürlich. Die beiden haben über 15 Jahre eine glückliche Ehe geführt. Helmut liebte seine Frau über alles. Und er konnte ihren Tod nicht überwinden. Er hat erst wieder Hoffnung geschöpft, als Sabine in sein Leben trat. Und jetzt, genau an dem Tag, an dem er ein neues Leben beginnen will, stehen Sie plötzlich da und bringen Michael aus Koffern. So leid, ich habe das nicht wissen können. Natürlich konnten Sie wirklich nicht. Es tut mir leid. Na gut. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Das sollten Sie noch wissen, in dem Koffer. Gar nicht sein. Egal was es ist, es ist vorbei. Die einzige Chance für meinen Sohn ist, die Vergangenheit in Ruhe zu lassen. Ja, aber ... Bitte, bitte. Nehmen Sie ihn wieder mit. Es ist besser so. Gut. Auf Wiederschauen. Es tut ... Magst du mir verraten, worauf du stehst? Liebe. Na, das kriegen wir auch noch hin. Entschuldige. Hi. Sie ist tot. Was? Sie. Tod ist sie. Wer? Ja. Du hast wieder einmal recht gehabt, so wie du eigentlich immer recht hast. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich hätte da nie im Leben hinfahren dürfen. Wirklich. Ich ... Ich ... Ich ... Ich ... Es ist so gut, dass du da bist. Hi. Hi. Ja, passt schon. Wir hängen eh nur ab. Gut. Also ... Was ist denn passiert? Ich sag's dir, das war so schrecklich. Ich bin zu der Adresse. Ich wusste nicht, dass ... Ich geh mal zu den Mädels. Du hast was mit einem verheirateten Mann? Hast du doch auch gehabt, jahrelang? Ja, der war mit mir verheiratet. Oh, nein, Mama. Den meine ich nicht. Kindchen, glaub mir, sowas hat keine Zukunft. Du bist immer und immer nur die Blöde. Ich weiß nicht. Solche Beziehungen haben doch durchaus ihre Vorteile. Ja, du musst deine dreckige Wäsche nicht waschen. Ganz genau, zum Beispiel. Mir geht's gut. Okay? Ja, das sieht man. Fehlt nur noch, dass er dein Chef ist. Na, bravo. Wie schmeckt's euch? Das ist übrigens eine voll schöne Hand. Na, du kleiner Arsch. Ja, du hättest mich ruhig warnen können. Lässt mich deine Falle laufen. Ich hab's ja selber nicht. Ja, ja, ja. Ich hab mich selber auf einen ruhigen Abend mit dir und dem Koffer gefreut. Mit dem Koffer? Geschenke? Ja? Machen wir ein bisschen später, okay? Entschuldigung. Was? Nein! Geschenke? Wir sind alle wahnsinnig neugierig. Ja, los, los, los. Ja, gut, also merkst du dir. Ich merk's mir. Für dich. Danke. Halt einmal. Aufmachen. Okay. So. Boah, ist jetzt hier irre. Wahnsinn. Vorlesen. Das ist ein Gutschein für eine Eternal Beauty Spa Behandlung. Voll cool, dankeschön. Eternal. Für immer jung. Ich weiß, was das heißt. Einmal ist das mit oder ohne Happy End. Hat dir schon jemand gesagt, dass du wahnsinnig fixiert bist? Sehr sicher. Warum bin ich wohl geschieden? Okay. Danke. Und von mir bekommst du ein einjahres All-Inclusive. Ich kann Englisch. Rundrum-Wohlfühl-Package. Putzen, bügeln, thrusting. Danke, Mama. Du bist die Beste. Ey. So, Lenni, jetzt du. Das ist nicht so toll. Das können wir gerne ein andermal machen. Jetzt komm schon. Typisch, Lenni. Lenni, nur nicht auffallen. Hey, wir sind alle wahnsinnig neugierig. Du, ich wüsste, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Außerdem freue ich mich sowieso über alles, was ich von dir kriege. Lenni. Ja, also gut. Also gut. Ich habe mir gedacht, ich schenke dir diesmal eine echte Überraschung. Bei uns am Flughafen gibt es nämlich alle drei Monate diese Versteigerung von liegen gebliebenen Koffern. Und diese Koffer kann man wirklich nur ungeöffnet ersteigern. Ich weiß also wirklich nicht, was da drin ist. Aber es ist jedenfalls ein schöner Koffer. Also dachte ich mir. Total schön. Ja. Und wünsche dir ja von Herzen, dass dein Leben noch viele schöne Überraschungen für dich bereithält. Oh, wie schön. 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 Hallo? Herr Moser? Herr Moser? Entschuldigung? Herr Moser? Ja? Was machen Sie da? Für fremd ist der Zutritt hier verboten. Entschuldigen Sie. Ich habe unten eh gerufen. Ich will Sie auch wirklich nicht stören. Sie kommen wegen der Anzeige. Anzeige? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Sie die Richtige sind. Die Richtige wofür denn? Für die Arbeiter. Sie machen Radarmpapier, hm? Du kennst nicht mehr aus? Nein, es war nur geraten. Aber richtig. Vor zwei Monaten ist eine antiquarische Bibliothek in St. Pülten abgebrannt. Ich habe den Auftrag bekommen, das Papier für die Restaurierung herzustellen. Oh, das klingt spannend. Also das heißt, Sie machen das Papier nach, aus dem die Bücher damals gemacht worden sind, ja? Ich versuch's zumindest. Vorsicht. Es ist unbezahlbar. Entschuldigung. Ich brauche Sie für die laufenden Aufträge. Aber ich sag's Ihnen gleich, ich kann nicht viel zahlen. Nur laut Kollektivvertrag. Wollen Sie was trinken? Also eigentlich wollte ich... Mehr gibt's nicht. Das steht aber auch in der Anzeige. Schon gut, Sie müssen ja nicht sofort zu sein. Also gut, schauen Sie, es ist so... Ich komme ja aus Wien. Platz und Zeit sind hier... Frühstück? Ja, gern. Ich glaub, das ist keine gute Idee. Warum denn nicht? Weißt du, ich hab's vor... vor zwei Jahren einen Menschen verloren. Bei einem Flugzeugabsturz. Deswegen hast du dich hier verkrochen. Ich fühl mich schuldig. Warum denn? Wir wollten zu einem Ärztekongress nach Stockholm fliegen. Wir haben uns zu oft auf das gemeinsame Wochenende gefreut. Und am Abend davor haben wir fürfällig gestritten. So heftig wie noch nie. Ich wollte, dass ihr Mann ähnlich die Wahrheit sagt. Das ihn verlässt. Wir sind im Streit auseinandergegangen. Amnächst nur quasi tot. Da bist du doch nicht schuld dran. Das Letzte, was ich zu ihr gesagt hab, war... Du bist feig. Falk. Falk. Ich glaub, jetzt muss ich dir vorher was sagen. Ich bin eigentlich zu dir gekommen, weil ich was für dich hab. Ich hab einen Brief für dich. Einen Brief? Mhm. Aus einem Koffer. Was für ein Koffer? Aus ihrem Koffer. Den wollte ich dir geben. Ihr Koffer ist anscheinend am Flughafen liegen geblieben. Und mein bester Freund hat ihn dann ersteigert und hat ihn mir zum Geburtstag geschenkt. Dann... Dann hab ich deine Gedichte drin gefunden. Meine Gedichte? Ja. Die du für sie geschrieben hast. Und eben auch diesen Brief. Und dann... ...war ich bei dir in der Praxis und jetzt bin ich da. Von dem Unglück hab ich dann eigentlich erst von ihrem Mann erfahren. Du weißt wie ihr Mann? Ja, ich... Ich bin da in die Hochzeit reingeplatzt. Das war so... Ich hab... Du hast das alles gewusst. Nein, hab ich nicht. Der hat aber auch nicht gefragt. Gut, der ist aber auch sofort heulend zusammengebrochen. Du, vielleicht sind die Gedichte von jemand anderem. Wie kommst du auf das? Naja, das sind ja nicht unbedingt die Gedichte von einem Ehemann, oder? Sondern mehr von einem Liebhaber. Ja, das kann schon sein. Ja, dann musstest du's weitersuchen. Aber jetzt lass das doch einmal gut sein. Nein, ich kann nicht weitersuchen. Das geht nicht. Das war die Hölle dort, glaub mir das. Aber ich bin so ein Trottel. Dann schmeiß den Koffer weg. Hab ich schon. Sorry. Ich glaub, ich geh jetzt besser. Mhm. Wir können ja morgen weiterreden, oder? Ja. Mhm. Tschüss. Ciao. Viel Spaß noch. Entschuldige. Punkt 5. Erreichbarkeit sicherstellen. Punkt 5. Oh, sorry. Entschuldige. Mit einer netzwerkbasierten Sprach- und Datenlösung erreicht Ihr Kunde gleich beim ersten Anruf den richtigen Mitarbeiter. Kommen wir zu Punkt 6. Auch nicht unwichtig. Mitarbeiterzufriedenheit. Was ist los mit dir? Nichts. Ich hab sehr schlecht geschlafen. Entschuldige, aber du bist so unkonzentriert. Das Referat hab ich auch noch immer nicht. Bei allem Verständnis, aber... Es ist grad nicht so leicht, okay? Ist irgendwas? Ist es wegen uns? Nein. Sicher? Ja, sicher. Ich will einfach nicht, dass da irgendwas zwischen uns komisch ist. Schau mal, wir haben wirklich eine nette Zeit gehabt miteinander. Also nett. Ich hab's mehr als genossen, glaub mir das. Aber deine Frau wird es niemals für mich verlassen. Und das brauchst du auch nicht. Von den Blutwerten hier ist alles in Ordnung. Burnout? Oh, Alter, das kann ich echt nicht mehr hören, ja? Egal was ist, heutzutage hat jeder gleich ein Burnout. Früher waren die Leute einfach überarbeitet, aber jetzt hat jeder zweite Bademeister, der zu angestrengt auf Wasser geguckt hat, gleich in Burnout. Weißt du, was der sinnloseste Beruf der Welt ist? Deiner? Fast. Bademeister am Toten Meer. Guido, ich bin eigentlich hier, um deine fachliche Meinung zu hören und keine blöden Witze. Wo ist denn da der Unterschied? Okay. Pass auf. Körperlich bist du gesund. Ja, was ist es dann? Na ja, wenn du mich fragst, findet dein Problem nicht da unten statt, sondern da oben. Das kann nicht sein. Die ist fesch. Humorvoll. Und für ihr Alter gar nicht so frustriert wie alle anderen. Das ist heutzutage schon Lotto-Sechser. Ja, ist das auch deine Meinung? Wieso auch? Naja, das klingt wie eine schlechte Kontaktanzeige. Aber dann hat sich was in meinem Leben verändert. Es hat sich so ergeben. Ja. Hier habe ich Raum zum Denken. Muss nicht viel reden. Und nicht ständig fremden Menschen in die Augen schauen. Andere gehen nach Indien, ich in zwei Viertel. Ja. Na ja. Dann war schon immer ein Falker. Alter, was ist denn los mit dir? Was denn? Alles super. Ja, das merk ich. Du schickst auf wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten. Was ist denn los jetzt? Ja. Mir geht es auch bestens. Ja. Ja, das spüre ich. Ich spüre einfach nur Squash, ja? Das ist keine Psychotherapie. Ja, Dose leicht. Wie du nicht, oder was? Diesmal so. Therapiestunde kostet locker 150 Euro. Eine Stunde Squash grad mal 15. Und du Idiot, zahlst sogar noch die Hälfte dazu. Ja. Stimmt eigentlich. So hab ich das noch nie gesehen. Was ist jetzt? Wollen wir spielen, oder willst du drüber reden? Ey. Pass mal auf, Alter. Okay. 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 Das ist nicht ähnlich. Wir sind auf einem guten Weg. Auf die Chinesen. Was? Naja, wegen dem Papier meine ich. Weil sie es erfunden haben. Auf die Chinesen. Prost. Irre. Was auf Papier so alles schon geschrieben worden ist. Das Papier speichert Gedanken. Also natürlich nicht nur die Gedanken, sondern auch die Gefühle, die dahinter stehen, hinter den Gedanken. Angst und Hoffnung. Wir können euch noch in die Stadt. Also die letzte U-Bahn, Gerte, die geht in 10 Minuten. Du solltest dich jetzt sputen. Ja, natürlich. Ich muss los. Guten Nacht, ihr zwei. Kann ich doch mitnehmen. Das ist nicht nötig. Ich glaube, ich fahr bei dir zu Hause vorbei. Naja, also so eine kleine Absacke wäre aber schon noch nett, oder? Genau. Ihr beide könnt da noch einen trinken gehen. Ich bin eine alte Frau, ich muss ins Bett. Ja, ich muss auch ins Bett. Ich muss morgen echt früh raus, aber... Ein andermal sehr gern, ja? Alles klar. Alles klar. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht, mein Schatz. Connecting. Was denn? Das Mädel steht auf dich. Das ist doch wohl nicht zu übersehen. Was meinst du? Du warst ja wirklich noch nie der Geschichteste bei Frauen. Alma, Alma ist wirklich ein absolut heißer Feger, der nur darum bettelt, ins Bett gebracht zu werden. Was tust du? Du nimmst mich mit. Er hofft ihr noch nicht zu viel. Haha. 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 Niemand und nichts. Niemand und nichts. Nicht das Mondlicht im Regen, das fest mit den Sternen. Weder der Mantel des Meeres, noch der hellste Atem der Wälder. Niemand und nichts hat Licht wie du. Niemals, der jemals den Himmel durchschritt über mir. Schon die Zeit in den Tälern, nicht die Lieder der Frauen. Niemand und nichts hat Licht wie du. Niemand und nichts an meinem Geismus. Keine andere in dieser Welt in deren Augen ich lieber schaue. So was ist denn los? Der Nähe ich mir wünsche, der hat mir auch mich soll sehen, der hat Abwesenheit, ich schweige in der Tat. Ich bin's nur. Lenny, was machst du hier? Tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass ihr... Aber ich kann ja morgen wiederkommen. Nein, komm rein. Christine. Christine. Hallo? Hallo, ich verzeih dir, dass du meinen Geburtstag vergessen hast, aber dafür musst du heute Nacht was mit mir unternehmen. Ich hab überhaupt nicht vergessen, dass... Wo bist du? Ähm, ich bin gerade am Weg zu dir. Ich bin aber gar nicht zu Hause. Ach, tatsächlich. Das ist aber blöd. Sieh hier locken. Sieh hier locken. Lenny, ich bin heute ein Fall für dich. Im Büro warst du so frustig. Also ich will mich heute mit dir besaufen. Hast du Lust? Ja, ist eh keine schlechte Idee. Wo treffen wir uns? Ähm, bei dir? Ich hol dich ab. Gut, bis später. Na? Ja? Ja? Tantjagurit at, Tantjaguri at. Tantjaguri galakviski Tantjaguri at. Herzlichen Glückwunsch! Kindchen, ich kann ja verstehen, wenn man an deinem 40. Geburtstag eine gewisse Torschlusspanik aufreißt. Aber noch ist es nicht zu spät. Noch geht es ohne Schönheitschirurgen, wenn du dich beeilst. Mama, weißt du, ich will mich nicht operieren lassen. Ich bin glücklich. Ja, juhu. Obwohl, wenn ich es recht bedenke, in Schönheitschirurgen auch eine gute Party, oder? Ich weiß nicht, es träumt doch nicht jede 40-Jährige von einem Mann, zwei Kinder und einem Induktionsherd, oder? Naja, aber warum suchst du denn dann genau solche Typen aus? Weiß, welche Typen? Na, so einem Mann mit zwei Kindern und so einem depperten Herd, in dem in deinem Fall, du mal weißt, eine andere steht. Danke, Frau. Ja, toll. Schön. Reservieren sie am Tisch. Gut. Ich frage mich. Ich auch. Bis später. Bis später. Ich frage mich. Hallo. Jenny? Super, dass du so schnell gekommen hast. Köln, du pass auf. Du hast mir das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht, das ich jemals gekriegt habe. Ich danke dir. Echt, super. Komm, was magst du denn trinken? Komm sei mein Halt und mein Abgrund. Komm sei mein was und mein wie. Wenn du bleibst, frage ich nie wieder wen nach der Zeit. Du wirst mein immer und nie. Mein Durst, ganz genau wie mein Brunnen. Mein wohin und zugleich und woher. Pass auf, jetzt kommt's. Wenn du gehst, schließ mein Herz gut hinter dir ab. Denn nach dir kommt bestimmt keine mehr. Das sind die schönsten und traurigsten Liebeserklärungen, die ich je gelesen habe. Eine? Findest du es nicht ein bisschen schmalzig? Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber jetzt versuch dir das einmal vorzustellen. Da schreibt ein Typ jahrelang, wirklich über einen langen Zeitraum, schon wie überall das Datum. Stell dir das mal an. Richtig lange Zeit, unerfüllte Liebesgedichte. Und sie, ja, die hat das wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Oder vielleicht wollte sie es auch nicht mitkriegen, keine Ahnung. Vielleicht hat er ihr ja die Gedichte nie gegeben. Wie kommen sie denn in den Koffer? Vielleicht hat er ja alle gemeinsam gegeben dann. Ich glaube, ich musste ja... Wie auch immer, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie die Frau heißt. Michaela Schwarz. Nein. Doch, ich habe eine Kreditkartenabrechnung gefunden. Und da hat sie unterschrieben, schau mal. Michaela Schwarz. Ja. Aber wer sagt überhaupt, dass die Gedichte für Sie sind? Hm? Für wen soll es denn sonst sein? Ich war ja in jedem Koffer. Ah, einen Brief habe ich übrigens auch gefunden, schau. Glaubst du, wir können den aufmachen? Nein. Das kann man nicht, oder das macht man nicht. Nein. Der war ja in dem Koffer? Ja, das sage ich doch. Du, Lenny, ist alles okay mit dir? Ist irgendwas los? Wirkst irgendwie so... Dann ist alles okay. Ja, sicher? Ja, klar. Alles gut. Also, pass auf. Was mir gestern passiert ist. Hm? Ich habe diese Texte gelesen. Und dann sind mir die Tränen gekommen. Ey, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Mich hat das so berührt. Ich habe mir dann versucht vorzustellen, ich wäre diese Frau. Ich muss ins Bett. Ich muss auch ins Bett. Ich muss morgen echt früh raus, aber... Ein andermal sehr gern, ja? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich weiß ja. Gute Nacht, mein Schatz. Wie ist der Arschloch? Connecting. Was? Das Mädel steht auf dich, das ist da wohl nicht zu übersehen. Meinst du? Du warst ja wirklich noch nie der Geschichteste bei Frauen. Alma, Alma ist wirklich ein absolut heißer Feger, der nur darum bettelt, ins Bett gebracht zu werden. Was tust du? Du nimmst mich mit. Er hofft dir noch nicht zu viel. Hahaha. Haha. Haha. Ja. 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 Je. Ja. 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 Was ist das? Entschuldigung? Herr Moser? Ja? Was machen Sie da? Befremd ist der Zutritt hier verboten. Ja, entschuldigen Sie, ich habe unten eh gerufen. Ich will Sie auch wirklich nicht stören. Sie kommen wegen der Anzeige. Anzeige? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Sie die Richtige sind. Die Richtige wofür denn? Für die Arbeiter. Sie machen Hard am Papier? Du kennst dich mehr aus? Nein, es war nur geraten. Aber richtig. Vor zwei Monaten ist eine antiquarische Bibliothek in St. Pölten abgebrannt. Ich habe den Auftrag bekommen, das Papier für die Restaurierung herzustellen. Boah, das klingt spannend. Also das heißt, Sie machen das Papier nach, aus dem die Bücher damals gemacht worden sind, ja? Ich versuch's zumindest. Vorsicht! Es ist unbezahlbar. Entschuldigung. Ich brauche Sie für die laufenden Aufträge. Aber ich sag's Ihnen gleich, ich kann nicht bezahlen. Nur laut Kollektivvertrag. Wollen Sie was trinken? Also eigentlich wollte ich... Mehr gibt's nicht. Das steht aber auch in der Anzeige. Schon gut, Sie müssen ja nicht sofort zusagen. Also gut, schauen Sie, es ist so. Ich komme ja aus Wien. Platz und Zeit sind hier das geringste Problem. Oben sind fünf Zimmer frei. Ich würde vorschlagen, wir vereinbaren zuerst eine Probewoche. Also ich weiß nicht... Bis jetzt sind Sie die Einzige, die sich auf meine Annonce gemeldet hat. Ah, verstehe. Das heißt, ich habe mich auf ein knallhartes Auswahlverfahren einzustellen. Das heißt, Sie sind dabei? Da können Sie schlafen. Das Bad ist links im Gang und das Klo rechts. Internet hat keinen Empfang. Gibt's Strom? Sicher. Wir leben ja nicht hinter dem Mond, nur im Waldviertel. Ja, genau deswegen frage ich... Ja, weißt du, das konntest du immer schon gut. Weißt du was, du kannst mich malen. Ja, auf Nebensächlichkeiten herumreiten und... Leck mich am Arsch! Du mich auf! Ah, okay. Gibt's da vielleicht auch noch eine andere? Sie meinen wahrscheinlich meine Schwiegertochter. Wir sind im Garten. Wir haben schon sehr lange auf Sie gewartet. Elmuth? Elmuth! Die Sängerin ist da! Sie will bitte die was? Die Sängerin? Darf ich mir das erste Lied wünschen? Entschuldigen Sie, das ist ein Missverständnis. Ich bin nicht die Sängerin, also ich kann gar nicht singen. Also gar nicht. So wem wollen Sie denn? Ich komm ungelegen. Nein, nein, nein. Passt schon, kein Problem. Ich komm ein anderes Mal wieder. Wollen Sie was trinken mit uns? Das ist sehr nett, aber... Was können wir für Sie tun? Eigentlich suche ich die Frau Schwarz. Sabine? Seit heute bin ich Frau Schwarz. Ja, gratuliere Ihnen. Sabine, ich suche aber eigentlich die Michaela Schwarz. Ich würde nämlich wahnsinnig gern Ihren Koffer zurückgeben. Herr Schwarz? Entschuldigung, hab ich jetzt eben... Hi. Hey. Na, wieder nüchtern? Hm, es geht so. Du, ich hab nachgedacht. Und ich glaub dir die Geschichte nicht, dass du Christins Schwester bist. Erwischt. Ich glaub, du bist ein Mann. Maja. Und es gibt einen ganz einfachen Test. Wenn du errätst, was ich drunter anhabe, und mich trotzdem in die Wohnung lässt, dann bist du ein Mann. Wenig Stoff? Michaela war eine erfolgreiche Augenärztin. War sehr viel unterwegs. Von einem Kongress zum nächsten. Und vor zwei Jahren ist sie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Um Gottes Willen. Für meinen Sohn und für die Kinder war das ein unfassbarer Schock. Ja, natürlich. Die beiden haben über 15 Jahre eine glückliche Ehe geführt. Helmut liebte seine Frau über alles. Und er konnte Jahre eine glückliche Ehe geführt. Helmut liebte seine Frau über alles. Und er konnte ihren Tod nicht überwinden. Er hat erst wieder Hoffnung geschöpft, als Sabine in sein Leben trat. Und jetzt? Genau an dem Tag, an dem wir ein neues Leben beginnen will. Stehen Sie plötzlich da und bringen Michael aus dem Koffer. Ich habe das nicht wissen können. Natürlich. Konnte Sie wirklich nicht. Es tut mir leid. Na gut. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Das sollten Sie noch wissen, in dem Koffer. Gar nicht sein. Egal, was es ist, es ist vorbei. Die einzige Chance für meinen Sohn ist, die Vergangenheit in Ruhe zu lassen. Ja, aber... Bitte, bitte. Nehmen Sie ihn wieder mit. Es ist besser so. Gut. Auf Wiederschauen. Es tut... Hm. Magst du mir verraten, worauf du stehst? Liebe. Na, das kriegen wir auch noch hin. Entschuldige. Hi. Sie ist tot. Was? Sie. Tod ist sie. Wer? Du hast wieder einmal recht gehabt, so wie du eigentlich immer recht hast. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich hätte da nie im Leben hinfahren dürfen. Wirklich. Ich... Ich... Es ist so gut, dass du da bist. Hi. Hi. Ja, passt schon. Wir hängen eh nur ab. Gut. Also... Was ist denn passiert? Ich sag's dir, das war so schrecklich. Ich bin zu der Adresse gefahren, ne? Der Mann hat wieder geheiratet. Ich meine, stell dir das einmal vor, das ist doch völlig absurd, gerade heute. Was für ein Mann? Der Mann von der Michaela Schwarz, die ist übrigens vor zwei Jahren beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die ist tot. Das ist ja schrecklich. Ich bin da rein mit dem Koffer und allem. Ich sagte, erst haben die geglaubt, ich bin die Sängerin. Das war so peinlich. Hast du was von den Gedichten erzählt? Nein, hab ich nicht. Der hat aber auch nicht gefragt. Gut, der ist aber auch sofort heulend zusammengebrochen. Du, vielleicht sind die Gedichte von jemand anderem. Bist du, wie kommst du auf das? Naja, das sind ja nicht unbedingt die Gedichte von einem Ehemann, oder? Sondern mehr von einem Liebhaber. Ja, das kann schon sein. Ja, dann musst du jetzt weitersuchen. Aber jetzt lass das doch einmal gut sein. Nein, ich kann nicht weitersuchen. Das geht nicht. Das war die Hölle dort, glaub mir das. Aber ich bin so ein Trott. Dann schmeiß den Koffer weg. Hab ich schon. Sorry. Ich glaube, wir sollten schon aus mir heimkommen. Ich bin so ein Trott. Ich bin so ein Trott. Da. Rüstig? Ja, gern. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum denn nicht? Ich habe vor zwei Jahren einen Menschen verloren. Bei einem Flugzeugabsturz. Deswegen hast du dich hier verkrochen. Ich fühle mich schuldig. Warum denn? Wir wollten zu einem Ärztekongress nach Stockholm fliegen. Wir haben uns so auf das gemeinsame Wochenende gefreut. Und am Abend davor haben wir fürfällig gestritten. So heftig wie noch nie. Ich wollte, dass ihr Mann endlich die Wahrheit zeigt. Dass er ihn verlässt. Wir sind im Streit auseinandergegangen. Am nächsten nur quasi tot. Aber da bist du doch nicht schuld dran. Das Letzte, was ich zu ihr gesagt habe, war... Du bist feig. Falk. Ich glaube, jetzt muss ich dir vorher was sagen. Schau mal, ich bin eigentlich zu dir gekommen, weil ich was für dich habe. Das qualcosa zu tun kann. Die von der Kasse ist auch ver你说bar. Nur tänkte. Aber ich bin so großartig. Ich bin so großartiger. Ich bin so großartig, dass ich weiß, was ich. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Entschuldigung? Herr Moser? Ja? Was machen Sie da? Für fremd ist der Zutritt hier verboten. Ja, entschuldigen Sie. Ich habe unten eh gerufen. Ich will Sie auch wirklich nicht stören. Sie kommen wegen der Anzeige. Anzeige? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Sie die Richtige sind. Die Richtige wofür denn? Für die Arbeiter. Sie machen Rad am Papier, hm? Du kennst dich mehr aus? Nein, es war nur geraten. Aber richtig. Vor zwei Monaten ist eine antiquarische Bibliothek in St. Pölten abgebrannt. Ich habe den Auftrag bekommen, das Papier für die Restaurierung herzustellen. Oh, das klingt spannend. Also das heißt, Sie machen das Papier nach, aus dem die Bücher damals gemacht worden sind, Ich versuche es zumindest. Vorsicht. Es ist unbezahlbar. Entschuldigung. Ich brauche Sie für die laufenden Aufträge. Aber ich sage es Ihnen gleich, ich kann nicht viel zahlen. Nur laut Kollektivvertrag. Wollen Sie was treten? Also eigentlich wollte ich... Mehr gibt es nicht. Das steht aber auch in der Anzeige. Schon gut, Sie müssen ja nicht sofort zu sein. Also gut, schauen Sie, es ist so. Ich komme ja aus Wien. Platz und Zeit sind hier das geringste Problem. Oben sind fünf Zimmer frei. Ich würde vorschlagen, wir vereinbaren zuerst eine Probewoche. Also ich weiß nicht... Bis jetzt sind Sie die Einzige, die sich auf meine Annonce gemeldet hat. Ah, verstehe. Das heißt, ich habe mich auf ein knallhartes Auswahlverfahren einzustellen. Das heißt, Sie sind dabei? Da können Sie schlafen. Das Bad ist links im Gang und das Klo rechts. Internet hat keinen Empfang. Gibt es Strom? Sicher. Wir leben ja nicht hinter dem Mond, nur im Weitviertel. Ja, genau, deswegen frage ich ja. Ich habe das Haus erst vor zwei Jahren wiederbelebt. Das ist dann... Ja? Ist egal. In der halben Stute gibt es Essen, was warm ist. Vorausgesetzt haben wir Hunger und essen Fleisch. Ja, ja. Uh, ups. Aua. Geh. Ja. Ziemlich ähnlich. Wir sind auf einem guten Weg. Auf die Chinesen. Was? Na ja, wegen dem Papier, meine ich. Weil sie es erfunden haben. Auf die Chinesen. Prost. Irre, was auf Papier so alles schon geschrieben worden ist. Das Papier speichert Gedanken. Also natürlich nicht nur die Gedanken, sondern auch die Gefühle, die dahinterstehen, hinter den Gedanken. Angst und Hoffnung. Der ganze Schmerz. Die Liebe. Also ich stelle mir vor, wenn ich mit so einem wunderschönen Papier arbeite, dann möchte ich auch meine schönen Gedanken draufschreiben. Wirklich? Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich zum Beispiel habe die Liebe fürs Leben noch nicht gefunden. Ah ja. Sitzt die Enttäuschung so tief? Ich glaube, bei mir liegt das in den Genen. In den Genen? Ja, meine Mutter, die hatte auch nie Glück in der Liebe. Meine Mutter war dreimal, nein, viermal war sie verheiratet. Genau, weil einen Typen hat sie sogar zweimal geheiratet. Dann sah sich das Hochzeitskleid wenigstens aus. Ja. Und wie ist das eigentlich bei dir? Bei mir. Im Gegensatz zu dir habe ich die Liebe meines Lebens gefunden. Nur tun wirweise, was ich verheiratet. Blöd. Komm, ich bin doch. Ich glaube, wir sollten schadlos mehr heimkommen. Oh. Oh. Da. Warum gehst du denn nicht an ein nettes Wellnesshotel? Ganz einfach, weil es nett ist. Ich will mich nicht massieren lassen. Ich will was begreifen. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr an meinem Fuß arbeiten. Dann schneide ich auch so auf wie du. Das Thema ist gegessen. Und du hast wieder mal verloren. Viel Spaß an mich. Hast du mal wieder was von ihr gehört? Nicht wirklich, ne? Danke. Danke. Nicht wirklich? Was heißt nicht wirklich? Sie hat mir die Gedichte zurückgebracht. Zum Flughafen. Und? Nichts und. Wir sind der Meinung, dass es besser ist, wenn wir uns nicht mehr sehen. Alter, du kapierst ja wirklich überhaupt gar nichts. Da kommt die extra raus zu dir, um dir deine bescheuerten Gedichte wiederzubringen, die sie dir auch locker mit der Poste schicken können. Und du, du. Die wollte dich sehen. Du bist doch wirklich ein handfester Trottel. Hallo, Gerti. Mein lieber Lenny, ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat, oder du bist ja ein handfester Trottel. Du hast mit Guido geredet, was? Ist das Post von der Christine? Warum? Ihr beide seid mir nur wirklich nicht mehr wurscht. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, die Briefe in den Koffer zu legen? Ich habe ja nichts gewusst von der Überraschungsparty. Ich dachte, wir sind allein. Ich habe mir das alles ganz genau ausgemalt. Sie macht den Koffer auf, dann liest sie die Gedichte. Dann schaut sie mich an, ich schaue sie an und dann weiß sie, dass ich... Wann hast du denn auf der Party nichts gesagt? Ja. Vor allen. Ich. Ja, stimmt. Ja. Außerdem habe ich nicht gewusst, dass dieser andere Brief in dem Koffer ist. Lenny, ich sage dir was. Gedichte schreiben ist schön und gut, Vorsicht, das heißt. Aber irgendwann muss man das Leben auch in die Hand nehmen, und zwar richtig. Aber bis ich in Verona bin, ist sie längst weg. Ja, wo sie wohl hin will. 15. Juni? Warum? Venedig, 12. Juni, 20. Juni, 18. Juni, Neapel. Dann Verona. Buongiorno, Signora. Haben Sie... Sprechen Sie Deutsch? Ja, Signora. Haben Sie vielleicht noch ein Zimmer frei? Haben wir. Auch die Nummer 18, ich war nämlich als Kind schon immer da in dem Hotel. Ach, Sie sind das. Ja, die 18 ist frei. Bitte schön. Dankeschön. Ah, ich finde mich zu Recht. Danke. 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 Zwei süße Kinder Was machst du da? Das ist so herzzerreißend. Wer hat dir diese wunderschönen Gedichte geschrieben? Sie sind nicht für mich. Ach nicht? Nein, die waren in dem Koffer, die mir der Lady zum Geburtstag geschenkt hat. Weißt schon. Magst du auch ein Bier? Ja. Was gäbe ich darum, wenn wenigstens einer meiner zahlreichen Männer mir nur ein Gedicht geschrieben hätte? Hat aber keiner. Danke. Was hast du jetzt damit vor? Weiß ich nicht. Da ist schon so eine blöde Geschichte losgetreten. Erzähl, ich habe Zeit. Ja, das habe ich befürchtet. Das ist eine traurige Geschichte. Wieso erzählst du mir die erst jetzt? Weil ich ganz genau weiß, wie du reagierst. Aber du kannst doch die ganzen schönen Gedichte jetzt nicht einfach irgendwo in der untersten Schublade verschwinden lassen und zu tun. Das wäre nichts gewesen. Doch, kann ich. Es ist einfach besser so. Kindchen. Irgendwo da draußen schreibt ein unbekannter Mann solche Texte. Aber die Frau, die er verehrt hat, ist tot. Ich meine, jetzt muss sich doch irgendjemand um den armen Mann kümmern. Völlig selbstlos natürlich. Natürlich. Mama, bitte. Da liegt dir ein Juwel zu Füßen und du hebst ihn nicht auf. Mir liegt überhaupt nichts zu Füßen. Ich kenne den ja überhaupt nicht. Und nach den letzten Erfahrungen, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch nicht scharf drauf, den kennenzulernen. Ich kenne den ja überhaupt nicht. Ich bin's nur. Lendi, was machst du hier? Ja, tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass ihr... Aber ich kann ja morgen wiederkommen. Ja, nein, nein, komm rein. Christine. Christine. Hallo? Hallo, ich verzeih dir, dass du meinen Geburtstag vergessen hast. Aber dafür musst du heute Nacht was mit mir unternehmen. Ich habe überhaupt nicht vergessen, dass... Wo bist du? Ähm, ich bin gerade am Weg zu dir. Ich bin aber gar nicht zu Hause. Ach, tatsächlich. Das ist aber blöd. Ich muss dich hier locken. Ich muss dich hier locken. Lendi, ich bin heute ein Fall für dich. Im Büro war es so frustig. Also ich will mich heute mit dir besaufen. Hast du Lust? Ja, ist eh keine schlechte Idee. Wo treffen wir uns? Bei dir? Ich hole dich ab. Gut, bis später. Na? Na? Nein, Ich hole dich ab. Ich hole mich. Musik aufmachen, 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 aufmachen. Also Ladies, ich fürchte, ich muss euch enttäuschen, da sind keine Dollar drinnen, dafür jede Menge Unterwäsche. Ja, Kindchen, so ist das. Wir hoffen immer, dass das Leben einen wunderbrav uns bereithält, und dann ist es wieder doch nur eine banale Baumwollunterhose. Das war eine schöne Party, Schatte. Nur die Männerquote war ein bisschen mau. Nichts gegen dich, Lenny, aber dich habe ich schon als Kind nackt gesehen. Mann, der ist so süß. Man kann nicht endlich seine Nummer haben. Nein, geht nicht. Ich tue ihm ja nicht weh. Nein, du, ich kann das nicht machen, wirklich. Ich habe das einmal gemacht, aber drei Wochen sauer auf mich. Bitte. Schau, ich kann ihn ja fragen, ob er deine Nummer haben will, okay? Okay, versprochen. Ja, versprochen. Okay, ciao. Gute Nacht. Danke für die Party. Komm gut rein. Bring schon den Müll weg. Ja, klar. Also, das war wunderschön, also, weil es auch so spontan war. Hat es dir aufgefallen? Ja, klar. Ja, cool. Ja, dann. Sag mal, fährt einer von euch noch in die Stadt? Also, die letzte O-Bahn, Gerte, die geht in zehn Minuten. Du solltest dich jetzt sputen. Ja, natürlich. Ich muss los. Guten Nacht, ihr zwei. Die kann ich doch mitnehmen. Das ist nicht nötig. Aber ich fahre bei dir zu Hause vorbei. Na ja, also, so ein kleiner Absacker wäre aber schon noch nett, oder? Genau. Ihr beide könnt dann auch einen trinken gehen. Ich bin eine alte Frau, ich muss ins Bett. Ja, ich muss auch ins Bett. Ich muss morgen echt früh raus, aber... ein andermal sehr gerne, ja? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Tschau. Gute Nacht, mein Schatz. Das Mädel steht auf dich. Das ist doch wohl nicht zu übersehen. Was meinst du? Du warst ja wirklich noch nie der Geschichtneste bei Frauen. Alma-Alma ist wirklich ein absolut heißer Feger, der nur darum bettelt, ins Bett gebracht zu werden. Was tust du? Du nimmst mich mit. Er hofft dir noch nicht so viel. Ich habe gar nicht mehr dran geglaubt. Lenny ist ja so spontan wie ein autistischer Nacktschnellkrank. Danke, Gerti. Dann kriege ich mal in Richtung Toilette. Mach das. Jetzt erzählen. Komm, ich will alles wissen. Hm, was soll ich sagen? Nachdem ja meine Versuche alle gescheitert sind, ist er plötzlich vor meiner Tür gestanden, hat mir die Kleider vom Leib gerissen und zum ersten Mal aufgestanden bin ich erst nach zwei Tagen. Wir reden von Lenny. Also zuerst war es ein Komplettflop, aber jetzt ist er wieder ausgewechselt. Drogen? Er hat gesagt, irgendetwas hat ihm die Augen geöffnet. Vielleicht der Augenarzt? Hm? Ach, vergiss es. Komm, komm, komm. Hallo. Was ist? Hm? Ist alles okay? Okay. Sicher? Bei dir ja offensichtlich auch. Was sind das? Waldviertlerknödel? Ja. Hm. Mit Schweinsbraten. Dankeschön. Haben Sie die selber gemacht? Hab ich von meiner Mutter gelernt. Eine Mönchnerin. Aber es ist lustig, meine Mama kommt auch aus Deutschland. Ist dann für einen Zufall in Wien hängen geblieben. Und wie haben Sie sich gerade daher verirrt? Also ich glaube, ich muss Ihnen jetzt die Wahrheit sagen. Lass Sie mich raten. Falscher Job und keine Perspektive. Ja, das auch. Das kenn ich. Was? Ich war Augenarzt 17 Jahre lang. Mit eigener Praxis. Wie? Also wenn ich das fragen darf, wie verliert ein Augenarzt seinen Job? Indem ihn hinschmeißt. Midlife-Crisis, oder? Es wäre mir nie im Traum eingefallen, dass ich die Arbeit meiner Eltern hier wieder aufnehme. Aber dann hat sich was in meinem Leben verändert. Es hat sich so ergeben. Hier habe ich Raum zum Denken. Muss nicht viel reden. Und nicht ständig fremden Menschen in die Augen schauen. André gehen nach Indien, ich ins Weitviertel. Naja, war schon immer ein feiger Hund. Alter, was ist denn los mit dir? Was denn? Alles super. Ja, das merke ich. Du schlägst auf wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten. Ja, mir geht es auch bestens. Ja, das spüre ich. Ich spüre einfach nur Squash, ja? Das ist keine Psychotherapie. Ja, du sie leicht. Wie du nicht, oder was? Diesmal so. Therapiestunde kostet locker 150 Euro. Eine Stunde Squash gerade mal 15. Hallo. Benni? Ah, super, dass du so schnell kommen hast. Können, du pass auf. Du hast mir das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht, das ich jemals gekriegt habe. Ich danke dir. Echt. Super. Komm, was magst du denn trinken? Komm sei mein Halt und mein Abgrund. Komm sei mein Was und mein Wie. Wenn du bleibst, frage ich nie wieder, wen nach der Zeit. Du wirst mein Immer und Nie. Mein Durst, ganz genau wie mein Brunnen. Mein Wohin und zugleich und woher. Pass auf, jetzt kommt's. Wenn du gehst, schließ mein Herz gut hinter dir ab. Denn nach dir kommt bestimmt keine mehr. Das sind die schönsten und traurigsten Liebeserklärungen, die ich je gelesen habe. Ah ja. Findest du es nicht ein bisschen schmalzig? Ja, also ich weiß, was du meinst. Aber jetzt versuch dir das einmal vorzustellen. Da schreibt ein Typ, jahrelang, wirklich über einen langen Zeitraum, schon überall das Datum. Schauen wir uns mal an. Richtig lange Zeit, unerfüllte Liebesgedichte. Und sie, ja, die hat das wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Oder vielleicht wollte sie es auch nicht mitkriegen, keine Ahnung. Vielleicht hat er ihr ja die Gedichte nie gegeben. Wie kommen sie dann in ihren Koffer? Vielleicht hat er ja alle gemeinsam gegeben, dann. Ich glaube, ich musste ja... Wie auch immer, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie die Frau heißt. Michaela Schwarz. Nein. Doch, ich habe eine Kreditkartenabrechnung gefunden. Und da hat sie unterschrieben, schau mal. Michaela Schwarz. Ja. Aber wer sagt überhaupt, dass die Gedichte für Sie sind? Für wen soll es denn sonst sein? Nein, die waren ja in jedem Koffer. Ah, einen Brief habe ich übrigens auch gefunden, schau. Glaubst du, wir können den aufmachen? Nein, das kann man nicht, oder das macht man nicht. Nein. Der war in deinem Koffer? Ja, das sage ich doch. Du, Lenny, ist alles okay mit dir? Ist irgendwas los? Wirkst irgendwie so... Nein, nein, ist alles okay. Ja, sicher? Ja, klar, alles gut. Also pass auf, was mir gestern passiert ist. Ich habe diese Texte gelesen. Und dann sind mir die Tränen gekommen. Ey, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Mich hat das so berührt. Ich habe mir dann versucht vorzustellen, ich wäre diese Frau. Und dann kriege ich das über die ganze Zeit nicht mit. Und dann verliere ich auch noch diese Texte. Das ist schrecklich. Warum suche ich mir immer die Arschlöcher aus? Echt. Obwohl, wenn man es genau nimmt, ist er ja kein Arschloch, sondern einfach verheiratet. Und ich bin das Arschloch. Aber nein. Ja, komm, was habe ich mir vorgestellt? Irgendwas wirst du schon mit dem Kunden haben. Das Sex war Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn. Jetzt mal ganz ehrlich, Lenny. Von all den Frauen... Du liegst auf wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten. Was jetzt? Ja, mir geht es auch bestens. Ja, das spüre ich. Ich bin hier einfach nur Squash, ja? Das ist keine Psychotherapie. Ja, du siehst leicht. Wie du nicht, oder was? Diesmal so. Therapiestunde kostet locker 150 Euro. Eine Stunde Squash kostet gerade mal 15. Ja. Und du Idiot, zahlst sogar noch die Hälfte dazu. Stimmt eigentlich. So habe ich das noch nie gesehen. Was ist jetzt? Wollen wir spielen, oder willst du drüber reden? Ey. Pass mal auf, Alter. Ja. Ja. Musik Musik Okay. Ja. Ziemlich ähnlich. Wir sind auf einem guten Weg. Auf die Chinesen. Was? Naja, wegen dem Papier meine ich, weil sie es erfunden haben. Auf die Chinesen. Prost. Irre, was auf Papier so alles schon geschrieben worden ist. Das Papier speichert Gedanken. Also natürlich nicht nur die Gedanken, sondern auch die Gefühle, die dahinter stehen. Hinter den Gedanken. Angst und Hoffnung. Der ganze Schmerz. Die Liebe. Also ich stelle mir vor, wenn ich mit so einem wunderschönen Papier arbeite, dann möchte ich auch meine schönen Gedanken draufschreiben. Hm? Wirklich. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich zum Beispiel habe die Liebe fürs Leben noch nicht gefunden. Ah ja. Sitzt die Enttäuschung so tief? Hm. Ich glaube, bei mir liegt das in den Genen. In den Genen? Ja, meine Mutter, die hatte auch nie Glück in der Liebe. Meine Mutter war dreimal. Nein, nein. Also ich will mich heute mit dir besaufen. Hast du Lust? Ja, ist eh keine schlechte Idee, ja. Wo treffen wir uns? Ähm, bei dir? Ich hol dich ab. Gut. Bis später. Na? Nächste Gruppe. Saar Hoha Wie sagte es ihnenственно? Das war's für heute. Ich kann ja verstehen, wenn man am 40. Geburtstag eine gewisse Torschlusspanik aufreißt. Aber noch ist es nicht zu spät. Noch geht es ohne Schönheitschirurgen, wenn du dich beeilst. Mama, weißt du, ich will mich nicht operieren lassen. Ich bin glücklich. Ja, juhu. Obwohl, wenn ich es recht bedenke, ein Schönheitschirurgen hat eine gute Partie, oder? Ich weiß nicht, es träumt doch nicht jede 40-Jährige von einem Mann, zwei Kinder und einem Induktionsherd, oder? Naja, aber warum suchst du dir dann genau solche Typen aus? Weißt du, welche Typen? Na also, ein Mann mit zwei Kindern und so einem depperten Herd, an dem in deinem Fall, du mal weißt, einer andere steht. Äh, sorry, ich wusste nicht, dass... Ich geh mal zu den Mädels. Du hast was mit einem verheirateten Mann? Hast du doch auch gehabt, jahrelang? Ja, der war mit mir verheiratet. Oh nein, Mama, den meine ich nicht. Kindchen, glaub mir, sowas hat keine Zukunft. Du bist immer und immer nur die Blöde. Ich weiß nicht. Solche Beziehungen haben doch durchaus ihre Vorteile. Ja, du musst deine dreckige Wäsche nicht waschen. Ganz genau, zum Beispiel. Mir geht's gut, okay? Ja, das sieht man. Fehlt nur noch, dass er dein Chef ist. Na bravo. Und schmeckt's euch? Das ist übrigens eine voll schöne Hunde. Ich bin nicht sicher, dass ich nicht schlapp' Musik Musik In Moza? Hallo? Herr Moser? Herr Moser? Was machen Sie da? Befremd ist der Zutritt hier verboten. Entschuldigen Sie. Ich habe unten eh gerufen. Ich will Sie auch wirklich nicht stören. Sie kommen wegen der Anzeige. Anzeige? Ganz ehrlich? Ich glaube nicht, dass Sie die Richtige sind. Die Richtige wofür denn? Für die Arbeiter. Sie machen Rad am Papier, hm? Du kennst nicht mehr aus? Nein, es war nur geraten. Aber richtig. Vor zwei Monaten ist eine antiquarische Bibliothek in St. Pülten abgebrannt. Ich habe den Auftrag bekommen, das Papier...